Ganz herzlich willkommen, die Lage der Nation mit einer neuen Ausgabe vom 21. August 2020 und der laufenden Nummer 201. Ganz herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick auf die politischen Ereignisse hierzulande und in der Welt, so sie uns dann interessieren und wir sie für relevant halten. Wir, das bin auf der einen Seite der Internetleitung, ich, Philipp Banse, Journalist, und auf der anderen Seite sitzt Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, schön, dass ihr wieder dabei seid oder schön, dass ihr zum ersten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt, willkommen zur Lage der Nation. Und wir gehen zunächst mal zu den Hausmitteilungen über, da haben wir in dieser Woche Feedback zu geben zu unserer Verlosungsaktion. Wir haben ja gesagt, wer bis zum 20.24 Uhr ein Lage-Abo abgeschlossen hat, entweder schon seit Jahren oder seit der letzten Woche, der ist bei unserer Verlosung mit dabei. Wir haben das Los noch nicht gezogen. Das machen wir jetzt in den nächsten Tagen, werden die GewinnerInnen benachrichtigen. Und wir haben uns so gefreut, einfach über eure Solidarität in den letzten schweren Corona-Monaten, dass wir noch ein bisschen was draufgelegt haben. Es wird also nicht nur einen ersten Platz geben, die persönliche Lage live, sondern noch einen zweiten und einen dritten Platz, nämlich ein Lage-Shirt mit unserem neuen Logo. Wir haben ja seit ein paar Wochen ein neues Logo online. Genau, wollen wir uns einfach bedanken für eure Solidarität in schwerer Zeit. Das war einfach toll. Ganz, ganz herzlichen Dank und Termin für den Besuch des Hauptgewinners oder der GewinnerInnen in Berlin. Klären wir natürlich, wer jetzt nicht gewinnen sollte, der muss aber nicht verzweifeln, denn jedenfalls die T-Shirts gibt es ja auch auf anderem Wege. Genau, gibt es auch im Shop unter lagedernation.org. Seht ihr ganz unten den Link zum Shop, da könnt ihr die auch kaufen. Genau, wir hatten ja in letzter Stelle auch mal aufgerufen, sich bei der GFF, also der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu bewerben, deren Vorsitzender Ulf ist, weil da ein Job frei war und das ist wohl extrem gut gelaufen. Ja, ganz herzlichen Dank. Da kamen innerhalb von ein paar Tagen noch total spannende Bewerbungen rein, haben wir uns sehr gefreut. Und insbesondere auch unsere PR-Chefin Daniela hat sich sehr gefreut, denn die Person, die wir jetzt neu einstellen, wird ja vor allem mit Daniela ganz eng zusammenarbeiten. Ja, ganz toll. Lage hat als Jobplattform wunderbar funktioniert und bin ich auch persönlich sehr, sehr dankbar. Das ist natürlich, denn das zeigt ja auch einfach wieder, was für spannende, interessante, kreative Menschen bei der Lage zuhören. Genau. Und dann noch ein weiteres Dankeschön, diesmal ganz persönlich. Ich hatte euch ja vor der Sommerpause gefragt, wer Bock hat, meine kleine iOS-App Mappelarm zu testen. Das hat auch total super gelaufen. Hunderte von Leuten haben sich da gemeldet. Inzwischen ist die soweit. Ich habe also da im Urlaub flassig dran gestrickt. Läuft gut. Ich bin selber gerade nochmal in Brandenburg und freue mich total, weil das gut funktioniert hier mit der Open Topo-Map, insbesondere der topografischen Karte, die da auch mit zu sehen ist. Wer noch mit testen will, wir packen nochmal den Link in die Shownotes. Inzwischen kann man sich da einfach die App runterladen über Testflight. Wer iOS nutzt auf dem iPhone oder auf dem iPad, kann gerne mit testen. Genau. Und wenn nämlich die App crasht, dann kriege ich einen anonymen Hinweis, wo der Fehler lag. Deswegen habe ich so ein großes Interesse dran, dass möglichst viele Menschen da mit testen. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema, Philipp. So sieht es aus. Unser erstes Thema ist das Schicksal des wichtigsten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Der war in Sibirien und befand sich auf dem Rückflug nach Moskau und hat im Flugzeug das Bewusstsein verloren. Ihm war übel. Es wird geschrieben, dass er auch vor Schmerzen geschrien hätte. Und das Flugzeug ist also notgelandet. Er war ohnmächtig und ist dann in ein Krankenhaus gekommen, wo er wohl zur Stunde liegt. Er wird künstlich beatmet. Er liegt im Koma. Und die Frage ist jetzt, was ist da passiert? Dazu muss man wissen, Alexej Nawalny ist mit Abstand der wichtigste Oppositionspolitiker in Russland. Ist eine ganz zentrale Figur. Vor allen Dingen, weil er es so gut schafft zu koordinieren und zu mobilisieren. Ja, ganz genau. Da habe ich ein spannendes Interview gehört heute am Freitagvormittag im Deutschlandfunk in der Sendung Europa Heute. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Da wurde der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa interviewt. Und der hat, finde ich, ein sehr schönes Porträt gezeichnet von Alexej Nawalny. Beispielsweise hat er darauf hingewiesen, dass er so ein begnadeter Video, wie soll ich sagen, Videokünstler kann man nicht sagen, aber quasi Videojournalist oder Videopolitiker. Das ist sein Video. Genau, Philipp, du bringst es auf den Punkt. Er kann einfach mit Video umgehen. Und einige seiner Videos haben 35 Millionen Menschen angeschaut. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, Rezores Video hat irgendwie in Deutschland so acht oder zehn Millionen Klicks. 35 Millionen haben sich diese Videos von Alexej Nawalny in der Spitze angeschaut. Und da sieht man einfach, der Mann erreicht die Massen in Russland. Und das, Philipp, muss man sagen, hat ihn, weil er eben ein Kreml-Kritiker ist für Wladimir Putin, zu einem gefährlichen Gegner gemacht. Absolut. Also der wollte auch 2018 für die Präsidentschaftswahl antreten. Das wurde ihm nicht erlaubt aus ein bisschen fadenscheinigen Gründen. Jedenfalls ist jetzt natürlich die Frage, was ist mit ihm passiert? Also sein Team, seine Sprecherin sagt, Nawalny wurde vergiftet. Es sei ein giftiger Stoff in seinem Blut gefunden worden. Die Ärzte, die ihn jetzt behandeln, meldet tagesschau.de, entgegnen. Sie hätten keine Anzeichen für eine Vergiftung festgestellt. Anatoly Kalinitschenko, also der stellvertretende Chefarzt im Omska Krankenhaus, sagt, Zitat laut tagesschau.de, bisher wurde kein Gift im Blut und im Urin gefunden. Also man muss sagen, man weiß also zunächst mal nicht, was quasi jetzt ein gesundheitliches Problem ist. Man weiß nur, es geht ihm sehr schlecht. Es wurde ja von Deutschland schon eine Hilfsaktion gestartet. Ein Spezialflugzeug aus Deutschland ist nach Russland unterwegs oder vielleicht inzwischen auch schon angekommen. Die Charité, also die Universitätsklinik der Berliner Humboldt-Universität und der Freien Uni, hat eine Behandlung angeboten. Allerdings sagen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte vor Ort, er sei derzeit gar nicht transportfähig. Also es geht ihm sehr schlecht. Ob es tatsächlich eine Vergiftung war, weiß man nicht. Es, sagen wir mal so, es spricht einiges dafür. Aber wie gesagt, es fehlt die sogenannte Smoking Gun, die qualmende Knarre, der unmittelbare Beweis. Aber das ist nicht die einzige Unsicherheit. Die zweite große Unsicherheit ist natürlich, selbst für den Fall, dass er vergiftet worden wäre, wer steckt tatsächlich dahinter. Das ist natürlich extrem schwer, sowas herauszufinden, wenn tatsächlich ihm zum Beispiel am Flughafen Gift zum Beispiel in ein Getränk gekippt worden wäre. Er hat einen Tee getrunken. Dann muss man sagen, da werden dunkle Erinnerungen wach an die Journalistin Anna Politkovskaya, die 2004 ebenfalls mit einem vergifteten Tee versucht wurde, umzubringen. Zwei Jahre später ist sie dann in Moskau erschossen worden. Aber das heißt also, die grundsätzlich diese Gift-ins-Getränk-Aktion ist in Russland nichts völlig Neues. Nein, also das ist halt auch der Punkt, der natürlich jetzt als erstes einem einfällt, ist, dass offensichtlich viele Gegner von Wladimir Putin in den letzten Jahren eines nicht natürlichen Todes sterben. Das ist Anna Politkovskaya, eine oppositionelle Journalistin, hast du erwähnt. 2004 war das, 2006 war es Alexander Litvinenko, ehemaliger KGB-Agent, dem sie Polonium in Tee gekippt haben. Der ist tot. Dann war es Wladimir Karamoza, auch so ein Oppositioneller, der 2017 zur Behandlung ins Ausland geflogen wurde. Bosnian Zoff war auch ein Oppositioneller Politiker, ist ermordet worden in Moskau. Dann natürlich Sergej Skripal und seine Tochter, die mit Novichok, dem Nervengift, vergiftet wurden und getötet wurden. Darüber hatten wir in der Lage ja auch schon berichtet ausführlich. Also da sind einfach sehr viele Menschen, die Wladimir Putin nicht mag und die ihn nicht mögen, einfach eines unnatürlichen Todes gestorben. Und so viel muss man festhalten. Und natürlich muss man aber auch sagen, Nawalny hatte viele Feinde. Das eine ist natürlich Putin. Oder hat, noch lebt er ja. Noch lebt er, ja. Aber das sind natürlich, weil er eben jetzt auch in Sibirien unterwegs war. Da sind am 13. September, sind da Regionalwahlen in vielen Gegenden. Da hat er halt mobilisiert, da hat er Leute auf die Straße gebracht, hat sie aufgerufen, die richtigen Leute zu wählen. Nämlich diejenigen, die halt der Kreml-Partei oppositionell gegenüberstehen. Er hat aber auch mit seinen Videos und seiner Stiftung eben Korruption aufgedeckt. Also der hat auch quasi so eine journalistische Funktion auf eine Art in diesen Videos eben Korruption aufgedeckt. Hat auch jetzt vor Ort in Sibirien wohl wieder Fotos gemacht von bestimmten Villen und so, wo viel Geld drinsteckt. Also da hat er halt auch viele korrupte Politiker und Wirtschaftsleute gegen sich aufgebracht. An Feinden mangelt es ihnen zumindest nicht. Und die Frage ist natürlich jetzt, was macht man in der jetzigen Situation? Wie geht man jetzt damit um, dass in einem Staat mal wieder eine führende Oppositionsfigur im Sterben liegt, nahe dem Sterben ist. Jedenfalls ist ihm sehr, sehr schlecht geht und es erhebliche Anzeichen dafür gibt, dass das nicht an seinem schwachen Herz liegt. Wie gesagt, man muss ganz vorsichtig sein, man darf da jetzt noch nicht so quasi das als Faktum hinstellen, dass Putin dahinter steht. Es ist ja auch durchaus möglich, dass es einfach nur ein, sagen wir mal, ein anderer Feind war, der ihn möglicherweise vergiftet hat. Auf der anderen Seite war jedenfalls die Einschätzung des Interviewpartners heute Morgen in Europa heute, dass ein solcher Mordanschlag nicht ohne ein Okay von Putin vorkommen könnte oder jedenfalls aus den Spitzen der russischen Regierung. Ich persönlich vermag das nicht einzuschätzen, ob das tatsächlich so ist. Ich finde es sehr schwierig, da jetzt konkret schon Positionen zu beziehen, aber man muss es sehr deutlich sagen, oppositioneller zu sein in Russland und zwar nicht nur Opposition gegen den Kreml, sondern auch gegen bestimmte Verquickungen von Wirtschaftsunternehmen und Politik. Da oppositioneller zu sein, das ist einfach ein lebensgefährlicher Job, das kann man glaube ich sagen. Vieles ist noch unklar, aber es gibt ja zum Beispiel im Fall Sergej Skripal und seiner Tochter, die halt mit Novichok vergiftet wurden. Da gibt es ja nun wirklich mehr als ein paar Indizien, dass der russische Geheimdienst dahinter steckt. Die Briten haben Vor- und Nachnamen, Klarnamen dieser Agenten genannt, die sie da verdächtigen und für die sie Beweise haben. Und ein Geständnis oder ein Eingeständnis hat man noch nie aus Russland bekommen, wird man wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und das macht einen natürlich so ein bisschen machtlos, da kommt man nicht drum rum. Trotzdem gehört es natürlich zur Chronistenpflicht, darauf hinzuweisen und das wird uns sicherlich auch in der nächsten Woche noch beschäftigen. Wir blicken noch einmal in den Libanon, wo bei einer großen Explosion am 4. August 80 Prozent des Hafens von Beirut der Hauptstadt zerstört wurden. Wir haben das in der Lage ja schon berichtet und auch weite Teile der Stadt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auf einen Schlag wurden geschätzt etwa 300.000 Menschen obdachlos. Und wir haben auch schon angedeutet, dass Hintergrund dieser Katastrophe ein dysfunktionales politisches System ist. Aber das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen und haben uns deswegen eine Expertin eingeladen. Und wir begrüßen in der Lage der Nation Jinan Osman. Hi, guten Morgen. Jinan stammt aus einer Familie mit syrischem und libanesischem Hintergrund, ist aber in Hessen aufgewachsen. Hat dann in Marburg und Rabat studiert. Rabat, was die Hauptstadt von Marokko ist. Während ihrer Zeit in Deutschland war sie aktiv bei der Grünen Jugend, lebt aber derzeit wieder in Beirut und macht dort ihren Master in Middle Eastern Studies an der American University in Beirut. Herzlich willkommen. Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sag mal Jinan, wie muss man sich denn jetzt einige Wochen nach dieser Explosion, die ja verheerende Schäden angerichtet hat, den Alltag vor Ort vorstellen? Ich muss sagen, also es ist jetzt, ich glaube, zweieinhalb Wochen her und ich finde noch immer kaum Worte für das, was passiert ist. Man geht durch die Straßen, die halbe Stadt ist zerstört, ganze Stadtteile sind praktisch unkenntlich. Man läuft durch die Straßen, überall liegt Glas. Meine alte Wohnung ist komplett in Trümmern. Überall liegen Betonbrocken und persönliche Gegenstände immer noch und das selbst nach den Aufräumarbeiten. Die Fenstergläser und Türen, vor allem im Osten der Stadt, hat es überall rausgerissen und die Fenster werden gerade ersetzt mit Plastiktüten. Aber dazu muss man auch sagen, nicht nur die Trümmer und die Zerstörung, sondern auch, wenn ich durch die Straßen läufe, sehe ich überall verbundene Menschen, Menschen mit Kopfverletzungen, mit Verletzungen an Händen, an Armen, an ihren Beinen. Überall sieht man verbundene Menschen und man weiß ganz genau, was der Hintergrund da ist. Wie geht denn das mit dem Wiederaufbau voran? Weil die Wirtschaft liegt ja auch da nieder, die Währung hat 80 Prozent ihres Werts verloren. Wie läuft das? Genau, was wir wissen wissen, das Land befindet sich seit Jahren in einer sehr, sehr schweren Wirtschaftskrise, die sich vor allem im vergangenen Jahr extrem zugespitzt hat und vor allem jetzt mit der Pandemie ihren dramatischen Höhepunkt erlebt. Und wir sprechen mittlerweile von der Finanz-, Wirtschafts-, Banken- und Währungskrise. Also alles, was in der Krise sein kann, ist in der Krise aktuell. In den vergangenen Monaten haben 10.000 ihre Jobs verloren, unendlich viele Restaurants haben geschlossen und so weiter. Der Wiederaufbau mal wieder liegt fast exklusiv in den Handen der Zivilbevölkerung. Leute, die ihre Häuser verloren haben, sind gerade dabei, sie selbst wieder aufzubauen und das läuft schleppend an. Versuch dann nochmal so ein bisschen deinen Alltag zu schildern. Also wie muss man sich das zum Beispiel vorstellen, wenn man einfach ins Café geht, wenn man sich mit seinem Laptop hinsetzt, ein bisschen was arbeiten will. Das kennen viele Hörerinnen und Hörer, denke ich, aus ihrem eigenen Leben. Wie stellt sich sowas in Belroth gerade dar? Ja, aufgrund dieses Startsystems, das so gut wie nicht funktioniert, haben wir zum Beispiel, also das äußert sich an verschiedenen Aspekten des alltäglichen Lebens, vor allem zum Beispiel auch in der Stromversorgung. Unser Strom wird rationiert. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel in Beirut, also normal drei Stunden Stromausfall pro Tag und in anderen Regionen des Landes bis zu zehn Stunden am Tag keinen Strom. Und in den letzten Wochen und Monaten war das noch viel schlimmer mit der Wirtschaftskrise und der Versorgungsknappheit, dass wir sogar in Beirut teilweise bis zu 22 Stunden am Tag keinen Strom hatten. Dieser Ausfall des Stroms wird ersetzt durch Dieselmotoren, aber die hat man nur, wenn man sich das leisten kann. Genau, und dann sitzt man irgendwie in diesem Café zum Beispiel und kann gut sein, dass dann der Strom ausfällt oder fünf Minuten kommt und fünf Minuten geht. Und ja, das ist was ganz, ganz Normales im Libanon. Dazu kommt, aufgrund der Hyperinflation und des Währungsverfalls ist alles teurer geworden. Und die Cafés, die früher mal voll waren, sind jetzt nur noch halb gefüllt. Und die Cafés, die immer ganz lange versucht haben, günstig zu bleiben und accessible zu bleiben, die existieren jetzt nicht mehr. Im Hintergrund dieser Situation ist ja auch der jahrzehntelange Bürgerkrieg im Libanon, der das Land bis heute belastet. Wie merkt man denn das eigentlich? Also diese Explosion war jetzt ja im Grunde quasi nochmal der aktuelle Anlass. Der hat natürlich dramatische Schäden verursacht, das haben wir schon angesprochen. Aber das Land war ja auch vorher nicht in einem besonders guten Zustand. Absolut nicht. Man muss sich vorstellen, der Bürgerkrieg wurde im Jahr 1990 unter dem Credo beendet. Es gibt weder Sieger noch Besiegte. Und die Warlords, die damals an der Macht waren, herrschen praktisch noch heute zusammen mit ihren Familien. Und dieses System ist eng gestrickt. Und die politischen Hauptakteure sind alle voneinander abhängig. Weshalb wir auch keine Rücktritte von den wirklich wichtigen Playern der politischen Klasse, der politischen Elite sehen. Und diese Player der politischen Elite, wen meine ich damit? Es gibt 18 Konfessionen im Libanon. Und die Politik und die Wirtschaft und generell alles ist aufgeteilt unter den verschiedenen Konfessionen. Deswegen sprechen wir hier von einem konfessionalistischen System. Und es geht praktisch immer nur um Quoten. Kannst du noch ein bisschen näher erläutern, wer denn eigentlich diese Religionsgemeinschaften sind? Es sind Christen, Muslime und Drusen vor allem. Die wichtigsten Konfessionen sind maronitische Christen, sunnitische Muslime, schiitische Muslime und die Drusen. Und dann gibt es noch andere, vor allem christliche Konfessionen, die auch jeweils in Quoten vertreten werden. Was den Libanon ja so ausgezeichnet hat, gerade nach dem Ende dieses Bürgerkriegs, war so ein sehr fein, zumindest wirkte das von außen so, fein austariertes politisches System, wo die schiitische Sbollah integriert wurde und wo alle so ein bisschen ihren Anteil an der Macht bekamen. Auch die Religionsgemeinschaften, die vielleicht in der Minderheit vertreten waren. Und das schien das Land zumindest von außen so ein bisschen befriedet zu haben. Ist denn diese Stabilität jetzt in Gefahr, droht da neue Konflikt, neuer Bürgerkrieg? Von Stabilität kann man nicht sprechen. Also Stabilität ist ja immer relativ und zu der Präsenz und dieses politischen Systems kommt ja dann auch immer noch Imperialismus dazu. Das ist dann irgendwie, im Fall der Hezbollah ist es zum Beispiel der Iran und sonst auch Frankreich, USA, alle versuchen hier immer fröhlich mitzuwirken. Aber man muss ja auch wissen, Konfessionismus ist ja immer eng gestrickt mit auch Klientelismus und viel, viel Korruption. Und die Korruption zersetzt praktisch diesen Staat. Und aus diesem Grund und aus sozioökonomischen Gründen begann eine sehr, sehr breite Protestwelle im vergangenen Oktober 2019, die bis heute anhält gegen dieses politische System für einen säkularen Staat. Aber halt auch viele andere Forderungen wurden im Rahmen dieser Protestwelle behandelt. Wir hatten ja im Kontext der Explosion vor einigen Wochen schon als eines der zentralen Probleme Hintergrund ausgemacht, dass die gegenwärtige Regierung das Land eben nur zu teilen wirklich regiert. Und dass es ganz breite Gruppen gibt, gerade auch in der Verwaltung, die noch anderen Akteuren die Treue halten als der Regierung. Kannst du noch einmal die zentralen Akteure nennen, die zurzeit in der libanesischen Politik das Zepter schwingen? Oh je. Ja, das sind praktisch die Warlords, die schon während des Bürgerkriegs die wichtigen Player waren. Und die sind es noch heute. Und das sind die Vertreter der Konfessionen. Dann haben wir Staatspräsident Michel Aoun für die Maroniten, seinen Schwiegersohn, Gibran Bessil, der ehemalige Außenminister. Dann haben wir natürlich Hassan Nasrallah für die Hezbollah und die Schiiten. Und noch andere Player, die da tatsächlich das politische Zepter schwingen, wie du das gerade ausgedrückt hast. Wie ist denn jetzt deine Hoffnung? Also wenn du sagst, es gab Proteste aus sozioökonomischen Gründen und die werden natürlich jetzt nicht weniger werden, nehme ich an, in so einer Krise, auch mit Corona. Wie ist denn so deine Einschätzung, wie das jetzt weitergeht? Haben diese liberaleren Kräfte, diese Leute, die sich gegen Korruption aussprechen und für ein demokratisches System, haben die irgendwelche Chancen auf Erfolg? Also, ich glaube, da gibt es zwei Sachen zu sagen. Also erstmal, diese extreme Wirtschaftskrise, die wirklich den letzten Hauch Leben aus diesem Land gerade nimmt. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Also die Armutsrate, die vergangenen Oktober noch bei 30 Prozent lag, liegt mittlerweile bei 60 Prozent. Die Mittelschicht dünt sich aktuell extrem aus. Ein erschreckend hoher Anteil der Bevölkerung ist auf Hilfen angewiesen. Alle meine Freundinnen und Freunde haben in den letzten Monaten ihre Jobs verloren. Und was man verstehen muss, ist, dass die Libanesen nicht zufällig vom Pech verfolgt sind, sondern dass diese Explosion und überhaupt alle dramatischen Entwicklungen der vergangenen Monate das Ergebnis von jahrelangen Mismatch und Korruption ist. Da lagen irgendwie 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen, ungesichert, und niemand kümmert sich. Und nach der Explosion hat die Regierung nicht mal Empathie vorgespielt. Das Einzige, was mir Hoffnung bringt oder die Hoffnung nicht komplett sterben lässt, sind wirklich die Leute, die seit Oktober, aber auch schon vorher, und man muss sich vorstellen, es gibt eine extrem blühende Zivilgesellschaft im Libanon, auf der Straße waren und gekämpft haben für ihre Rechte, für Freiheit. Und natürlich auch viele Vordenker, politische Vordenker, die auch wirklich gute Pläne vorgelegt haben für Alternativen. Also die allermeisten meiner Professoren waren auf der Straße. Die besten Leute im Libanon sind nie in die Politik gegangen, weil die Politik korrupt ist. Und die Leute, die zum Beispiel bei uns in Deutschland normalerweise in die Politik gehen würden oder in den Journalismus, gehen halt im Libanon klassischerweise irgendwie in die Forschung. Und diese Leute haben sich aber alle, sie sind da und stellen sich auch zur Verfügung für eine mögliche Alternative. Und ja, das ist das Einzige, was so ein bisschen meine Hoffnung nicht sterben lässt. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lagenation Jinan Osman, die zwar in Deutschland aufgewachsen ist zurzeit, aber wieder in Beirut lebt und dort Middle Eastern Studies studiert. Ganz herzlichen Dank, Jinan Osman. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ein bisschen überlegt, wie wir mit diesem Corona-Thema umgehen. Die Lage ist etwas unübersichtlich. Die einen sind völlig beängstigt, weil die Zahlen ja in den letzten Wochen gestiegen sind. Jetzt sind wir bei 1500 registrierten Neuinfektionen, von denen wir wissen, täglich. Also die Zahl geht eindeutig nach oben. Trotzdem sind wir natürlich noch nicht bei diesen 5000, 6000 pro Tag, wie es im März der Fall war. Was wir aber sehen, ist, dass das Durchschnittsalter derjenigen, deren Infektion jetzt registriert wird, deutlich sinkt. Da sind wir jetzt bei irgendwie gut 30 Jahren oder so. Das war vor einigen Monaten auch um einige Jahre noch höher. Und das bestätigt sich so ein bisschen der Trend, dass wir diesen Virus jetzt mehr oder weniger in allen Bevölkerungsgruppen haben. Die Frage ist, woher kommt es? Sicher Reiserückkehrer etc. pp. Wir haben uns dafür entschieden, das jetzt in dieser Woche jetzt nicht nochmal extrem auszurollen und die Lage zu beobachten, weil das natürlich auch schon hier sehr viel Raum eingenommen hat und demnächst auch sicherlich sehr viel Raum einnehmen wird. Deswegen der Hinweis auf ein Interview, was ich gemacht habe für meinen anderen Podcast, nämlich das Interview mit Wille Banse. Da habe ich gesprochen mit Kai Kupferschmidt. Der ist einer der angesehensten deutschen Wissenschaftsjournalisten. Er arbeitet vor allen Dingen für Science, also dieses US-amerikanische Wissenschaftsmagazin, berichtet da vor allen Dingen auch über Corona und einige Aspekte von Corona. Und ich habe ihn halt mal gefragt, wie er denn jetzt die Lage einschätzt. Wie unterscheidet sich die Phase jetzt von der Phase von vor drei Monaten? Es ist natürlich schon gefährlich, jetzt die 1500 jetzt mit den 6000 oder so zu vergleichen. Da gibt es immer so viele K-Werts auch wieder. Wir machen natürlich sehr viel mehr Tests, das ist das eine. Das andere ist, wir haben natürlich Reiserückkehrer. Das heißt, jetzt ganz banal gesagt, wenn ich in einer Woche 1000 Neuinfektionen habe und in der nächsten Woche 2000, dann kann ich sagen, okay, er ist zwei, jeder hat zwei infiziert. Aber wenn 1000 von den 2000 in der Woche sich im Urlaub infiziert haben, dann haben die 1000 eigentlich auch wieder nur 1000 infiziert. Das heißt, dann ist er immer noch eins. Das heißt, da gibt es all diese Faktoren, die man da so ein bisschen berücksichtigen muss. Das ist schwierig. Wir haben im Moment deutlich jüngere Menschen, die infiziert werden. Das mag auch damit zu tun haben, dass jetzt eben Kitas oder Schulen wieder öffnen und mehr getestet wird. Man kann jetzt ja sagen, okay, junge Menschen sind weniger gefährdet, ist gut. Aber das wird sich natürlich, das haben wir in Arizona gesehen, in Florida, in Texas. Das verschiebt sich dann natürlich mit der Zeit. Das bleibt natürlich nicht bei den jungen Menschen, sondern diese Welten sind ja nicht getrennt, sondern es kommt dann irgendwann zu den Menschen, bei denen es wirklich eine hohe lebensbedrohliche Gefahr gibt. Und dann sehen wir auch wieder einen Anstieg in den Hospitalisierungen. Das komplette Interview mit Kai Kupferschmidt, das könnt ihr euch, wie gesagt, anhören unter dasinterview.org. Könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr in euren Podcast-Apps, Spotify, wo immer, das Interview eingebt mit Philipp Anse. Dann fällt das da demnächst raus. Vielen Dank für das Interesse schon mal hier. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit gefragt nach diesem Bankenproblem, Ulf. Was ist da bei rumgekommen? Ja genau, für die Menschen, die das vielleicht damals nicht gehört haben, es gab einige Hörerinnen und Hörer, die uns berichtet haben, dass sie von ihren Banken informiert worden sind, dass sie uns kein Geld spenden können. Und zwar, weil irgendwie mit diesem Konto der Lage der Nation, das ja in den Niederlanden geführt wird, bei Bank irgendwie ein Geldwäscheverdacht verbunden sei, was natürlich absurd ist. Selbstverständlich ist das alles hundertprozentig sauber. Wir haben da ja auch ein Steuerberaterbüro und so weiter eingeschaltet. Also dieser Verdacht ist absurd, aber es gab eben doch einige Leute, die sich da an uns gewendet haben. Und das ist teilweise sogar so weit eskaliert, dass Überweisungen, die schon ausgeführt waren, wieder zurückgebucht wurden, eben unter diesem Hinweis auf Geldwäsche. Und das ist natürlich für uns irgendwie rufschädigend. Klar, es geht auch ein bisschen Geld verloren, aber vor allem ist es ja irgendwie unangenehm. Und deswegen wollten wir diesen Fehlern bei den Banken mal auf den Grund gehen und haben ein Formular ins Netz gestellt, wo ihr quasi melden konntet, wenn eure Banken euch in dieser Weise falsch informiert haben. Und jetzt haben wir auch ein paar Dutzend Rückmeldungen bekommen. Also es ist zunächst mal die gute Nachricht, es scheint sich nicht um ein Massenphänomen zu handeln, sondern um einzelne Fehler von Banken. Aber was sich schon abzeichnet ist, die Sparkassen in Deutschland haben ein Problem mit ihrer EDV. Ganz offensichtlich spinnt da der Algorithmus. Denn es ist in den Daten ganz deutlich erkennbar, dass überwiegend Menschen oder Kundinnen und Kunden der Sparkassen gewarnt worden sind. Und das geht natürlich nicht. Eine zweite Bank, die so ein bisschen herausragt, ist MM Warburg, eine Privatbank. Und das ist insofern sehr auffällig, als ja die Sparkassen Millionen Kundinnen und Kunden haben, während MM Warburg vermutlich, soweit ich das jedenfalls einschätzen kann, eine relativ kleine Bank ist. Und wenn da trotzdem mehrere Warnungen aufgetaucht sind. Das sind offensichtlich die beiden Sorgenkinder. Und wir hoffen einfach mal, dass unter den Menschen, die die Lage hören, auch einige sind, die bei der Sparkasse oder bei MM Warburg Verantwortung tragen für die Compliance. Und vielleicht einfach mal den dezenten Hinweis geben können, dass hier der Algorithmus spinnt. Denn wir wollen das natürlich nicht hinnehmen. Also wir stellen das jetzt mal so in den Raum und hoffen, dass das sich jetzt quasi klärt auf dem kleinen Dienstweg. Natürlich können verantwortlich sich auch gerne bei uns melden, wenn sie noch irgendwelche Dokumente brauchen. Aber das muss natürlich ein Ende haben mit diesen fehlerhaften Warnungen. Und sollte das jetzt weitergehen, freuen wir uns weiterhin sehr über Hinweise. Bitte schreibt uns, wenn eure Banken euch weiterhin in dieser Weise irrtümlich anfunken. Dann müssten wir gegebenenfalls da tatsächlich auch mal schauen, ob sich da rechtliche Schritte sich aufdrängen. Denn so geht es ja nicht weiter. Wir haben in den letzten Tagen einige Videos gesehen von Polizeigewalt, Hamburg, Düsseldorf, andere Orte, die durch die sozialen Medien gespült wurden. Und wo es doch erhebliche Diskussionen darüber gab, ob diese Gewalt nun angemessen ist, ob das so sein muss. Und das hat auch wieder mal eine Debatte angestoßen, ob Polizei nicht reformiert werden soll. Fangen wir mit dem Beispiel Hamburg mal an. Also wir haben jetzt ein paar Beispiele gesehen. Hamburg war eins. Ulf, was ist da passiert? Ja, also natürlich kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, weil ich nicht dabei war. Aber wenn man mal zusammennimmt, was man zum einen in den Videos sieht, die so auf sozialen Medien kursieren und dann auf der anderen Seite die Pressemitteilung der Polizei Hamburg sich anschaut, dann ist es wohl so gewesen, dass ein 15-Jähriger mit so einem E-Roller auf dem Bürgersteig gefahren ist. Das darf man natürlich nicht. Das ist also eine Ordnungswidrigkeit. Man müsste eigentlich auf der Straße oder auf dem Radweg fahren. Und deswegen wurde er von einem Polizeibeamten angesprochen, sollte sich dann ausweisen. Und er hatte jetzt irgendwie keinen Personalausweis dabei, weil man mit 15 halt auch noch gar keinen hat, sondern irgendeinen anderen Ausweis war nicht so ganz klar zu klären. Ich glaube, eine Krankenversicherungskarte oder so. Und deswegen wollte der Beamte ihn mitschleppen auf die Wache, um dort irgendwie seine Personalien zu klären. Und das hat der junge Mann nicht mit sich machen lassen, weil er überhaupt nicht verstanden hat, wieso er jetzt festgenommen werden soll. Und dann stand er, da setzt dann das Video ein, an einer Wand und war mit einmal umringt von einer ganzen Gruppe von Polizistinnen und Polizisten. Also die Rede war von acht, man sieht die aber, wenn ich das richtig nachher habe, nicht mehr alle gleichzeitig im Video. Auf jeden Fall so um die acht Beamtinnen und Beamte standen um diesen Mann rum. Und man hört einfach nur, wie die unfassbar aggressiv auf ihn einbrüllen, dass er sich auf den Boden legen soll und so. Also ehrlich gesagt, mir ist beim Zuschauen das Blut in den Adern gefroren. Ich hatte das Gefühl, gleich zerlegen die den, gleich schlagen die den zusammen und er steht nie wieder auf. Also eine unfassbar aggressive Stimmung, die da von Seiten dieser Beamtinnen und Beamten verbreitet wurde. Der Mann, dieser junge Mann steht mit dem Rücken zur Wand und weint. Also offensichtlich völlig harmlos, eingeschüchtert, fertig. Und man stellt sich beim Zuschauen die Frage, ob der nicht einfach, also entweder schon jetzt total traumatisiert war oder möglicherweise auch psychisch einfach vorbelastet war. Diese These wurde auch diskutiert. Also das ist jedenfalls ganz grob das Setting. Ganz kurz, eine Sache. Ich habe nämlich diese, das ist nur so ein kleines Detail. Ich habe nämlich diese Pressemitteilung der Hamburger Polizei so verstanden, dass er in den vergangenen Tagen davor immer mal mit dem Roller auf dem Gehweg angetroffen worden war. Und da auch schon angesprochen und verwarnt und so. Und vor dieser Szene, über die du jetzt gesprochen hast, ist er nur angetroffen worden. Denn den Eindruck, den diese Pressemitteilung erweckt ist, der ist nicht mit dem Roller wieder auf dem Gehweg gefahren. Also das, das habe ich anders verstanden, sagen wir mal so. Aber das, wie gesagt Philipp, das werden wir heute nicht klären können. Auf jeden Fall, in dieser Situation ging es darum, dass die Beamtinnen und Beamten der Meinung waren, jetzt diesen Menschen auf einen Abschnitt, auf eine Wache verfrachten zu müssen, um seine Personalien feststellen zu müssen. Und die Pressemitteilung der Polizei lässt auch erkennen, dass man selbst im Nachhinein, ja, beim Schreiben dieser Pressemitteilung nicht verstanden hat, dass es quasi keine Rechtspflicht gibt, diesen Mann jetzt mitzuschleppen oder diesen jungen Mann mitzuschleppen und dessen Identität festzustellen. Sondern das ist eine Möglichkeit, denn was er da begangen hat durch dieses Fahren auf dem Bürgersteig, ist schlimmstenfalls eine Ordnungswidrigkeit. Und da gilt das sogenannte Opportunitätsprinzip. Das heißt, da entscheiden die Beamtinnen und Beamten selber, ob sie da tatsächlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten oder ob sie darüber hinwegsehen, uns zum Beispiel bei einer mündlichen Verwarnung lassen. Also ganz wichtig ist, rechtlich betrachtet, dass hier kein Zwang bestand, quasi die Identität festzustellen, um ein Verfahren einleiten zu können. Sondern das war quasi eine freie Entscheidung, acht Beamtinnen und Beamte aufzufahren und den quasi so im Halbkreis zu umringen, um dann ihn irgendwie einzuschüchtern. Und wie gesagt, letztlich wurde er dann auf den Boden geworfen, festgenommen und so. Und das alles wegen Fahrens auf dem Bürgersteig. Also dieses Video ist furchtbar. Man muss immer dazu sagen, bei diesen Videodokumentationen, die dann in den sozialen Medien auftauchen, man weiß es nicht, wie das Video zustande kommt. Das kann geschnitten worden sein und so. Also das muss man sich immer klar machen. Der Videobeweis ist kein Augenzeuge. Der Videobeweis ist immer nur ein Teil einer Situation. Das sagt jetzt natürlich auch die Polizei auf der anderen Seite. Aber das, was man sieht, ist sicherlich sehr unschön. So will ich es mal ganz vorsichtig in den Raum stellen und die Polizei hat da Möglichkeiten genutzt, rechtliche Möglichkeiten genutzt, aber andere Möglichkeiten nicht genutzt. So kann man es, glaube ich, in den Raum stellen. Es gab da durchaus keinen Zwang. Im Kontext dieses Videobeweises oder dieser Videodokumentation hat uns jetzt eine Frage erreicht. Genau, und zwar war auch die Frage von einer Hörerin, ob wir das mal juristisch einordnen können, das haben wir gemacht. Aber vor allen Dingen, und das ist ja auch eine wichtige Frage, wie steht es denn eigentlich mit der Frage, darf man Polizisten und Polizistinnen bei solchen Einsätzen filmen? Diese Frage kann man sehr eindeutig mit Ja beantworten. Also grundsätzlich eine Videodokumentation anzufertigen von hoheitlichem Verhalten in der Öffentlichkeit ist völlig legal. Da gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Eine andere Frage ist dann, ob man tatsächlich diese Videos hinterher veröffentlichen kann. Denn natürlich ist es auch ein Eingriff in die Information und Selbstbestimmung, wenn man ein solches Video anfertigt. Auch die Beamtinnen und Beamten haben natürlich quasi Datenschutzrechte. Das heißt also im Nachhinein ist dann eine andere Frage, was mit diesem Video tatsächlich passieren darf. Aber zunächst mal filmen darf man auf jeden Fall. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich davon nicht abhalten lässt. Also das ist ein weiterer Nebenaspekt dieses Hamburger Videos, dass da eine Frauenstimme, also mutmaßlich eine Beamtin, wenn man sich mal die Wortwahl anguckt, versucht die filmende Person davon abzuhalten, dieses Video anzufertigen. Das heißt also acht Beamtinnen und Beamte umringen einen 15-Jährigen. Offensichtlich wollen Passanten oder Passantinnen das dokumentieren und die Polizei versucht es zu verhindern. Wie gesagt, mutmaßlich. Man sieht die Person, die versucht zu verhindern, dass das Video aufgenommen wird, sieht man nicht in dem Video. Das heißt, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber von der Wortwahl her klingt es mir so, als wenn das auch eine Beamtin war, die versucht hat, diese Dokumentation zu verhindern. Da kann man wirklich nur ganz deutlich sagen, lasst euch das nicht verbieten. Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales demokratisches Recht, stets und ständig zu fragen, ob die Polizei tatsächlich rechtmäßig handelt. Und da sind natürlich Videoaufnahmen ein Schlüssel. Denn die Beweislage vor Gericht ist sonst extrem schlecht häufig, weil, keine Ahnung, sieben oder acht Beamtinnen und Beamte sagen, nö, nö, da gab es kein Problem. Und wenn man dann ein Video hat, dann lässt sich die Situation möglicherweise ganz anders aufklären. Was sind denn Kriterien, die man abfragen muss, wenn man überlegt, das zu veröffentlichen? Also insbesondere stellt sich die Frage, ob es einen berechtigten Anlass gibt für diese Veröffentlichung. Und ein berechtigter Anlass wäre insbesondere der Verdacht rechtswidrigen Handels. Denn natürlich muss in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ob sich die Polizei rechtmäßig verhält. Eine öffentliche Diskussion ist auch geeignet. Das sieht man ja sehr schön an diesem Fall, tatsächlich den nötigen Druck aufzubauen auf die Polizei. Sich in kritischen Situationen stets und ständig zu fragen, dürfen wir das tun, was wir hier tun? Ist das berechtigt? Oder sollten wir nicht möglicherweise die Situation eher deeskalieren? Also mal ganz ehrlich, diese Hamburger Situation wirft jedenfalls die Frage auf, ob man nicht diesen jungen Mann vielleicht einfach hätte auch laufen lassen können. Ja, also warum eigentlich muss ein solches Drohpotenzial aufgefahren werden, nur um zu klären, um wen es sich handelt, um eine Ordnungswidrigkeit anzeigen zu können. Das, sagen wir mal so, ist jetzt jedenfalls nicht zwingend. Oder man hätte sich ja auch überlegen können, ob man nicht angesichts dieser psychologischen Extremsituation einfach versucht, die Situation zu deeskalieren. Indem man zum Beispiel sagt, wir rufen jetzt mal einen Sozialarbeiter. Ich kenne jetzt die Behördenstruktur in Hamburg nicht. Oder deine Eltern oder irgendwie sowas. Wen auch immer, ja. Also ich meine, es wird ja in Hamburg auch sowas wie einen sozialen Krisendienst geben, ja. Also so eine psychosoziale Betreuung, dass man jemanden rufen kann, der dann eben nicht Uniform trägt und Pfefferspray und Pistole am Gürtel, sondern der möglicherweise in der Lage ist, die Situation zu deeskalieren. Solche Bilder wie diese gab es in den letzten Tagen und Wochen ja sehr viele. Dazu halt die Erkenntnisse, dass aus Frankfurter Polizeicomputern Daten von Menschen rausgefischt wurden, die dann Briefe und E-Mails bekommen haben, die unterschrieben waren. Drohbriefe, Morddrohungen, die unterschrieben waren mit NSU 2.0. Dazu die Erkenntnisse, dass zahlreiche Polizisten und Polizistinnen in rechtsradikalen, demokratiefeindlichen Netzwerken unterwegs sind. Und so ist also die Diskussion im Gange, wie man die Polizei reformieren kann. Und dazu hat die Grüne Jugend, also die Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen, ein paar Thesen vorgestellt, die auch von Fachleuten durchaus interessiert und begrüßend aufgenommen wurden. Unter ihnen Thomas Feltes zum Beispiel, der schreibt auf Twitter, der ist übrigens einer der führenden Kriminologen in Deutschland, war von 92 bis 2002, also zehn Jahre Rektor der Polizeifachhochschule in Baden-Württemberg. Ist also durchaus mit der Praxis der Polizei intim vertraut und wurde auch von der CDU ins Amt geholt. Und der schreibt auf Twitter als Kommentar zu diesen Thesen der Grünen Jugend, Zitat, Ich sehe hier keine einzige Forderung der Grünen Jugend, die ich nicht zu 100 Prozent unterstützen würde. Die haben alle Probleme in und mit der Polizei sauber aufgearbeitet und daraus Konsequenzen gezogen. Glückwunsch, Zitat Ende. Und da ja nun die Grüne Jugend eine Organisation ist, die zwar ihre Arbeit macht, aber jetzt von ihrer Reichweite und auch politischen Schlagkraft doch begrenzt ist, dachten wir, das ist doch hier mal eine gute Gelegenheit, um ein paar gute Ideen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und haben uns deshalb Georg Kurz eingeladen, der ist Bundessprecher der Grünen Jugend, hat Chemie studiert, abgeschlossen, aber ist eben jetzt in die Politik gegangen und Sprecher eben der Grünen Jugend. Ganz herzlich willkommen, Georg. Ja, hi. Hat denn die Grüne Jugend ein Problem mit der Polizei? Ich glaube, die Grüne Jugend hat ein Problem damit, wenn die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, die Vorstellungen davon, wie Polizeiarbeit funktionieren sollte, mit der Realität nicht zusammengeht und zum Beispiel einerseits zum Beispiel Fehlverhalten von PolizistInnen nicht aufgearbeitet, nicht verfolgt wird und andererseits zum Beispiel das, was gar nicht als Fehlverhalten eingestuft wird, sondern wie eben in Hamburg zum Beispiel sozusagen ein normales Vorgehen ist, auch anders lösbar wäre. Nun ist es ja so, dass die Polizei bei ihren Einsätzen mitunter auch Gewalt ausüben muss. Nicht alle Menschen, mit denen die Polizei zu tun hat, sind friedlich. Das muss man natürlich schon festhalten. Ja, wenn man, keine Ahnung, einen Bankräuber auf frischer Tat ertappt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass der freundlich einfach nur die Hände hochnimmt. Was ist denn jetzt das Problem mit Gewaltanwendung durch die Polizei? Also genau, vollkommene Zustimmung, so wie das System funktioniert und so wie die Gesetze sind, muss es natürlich auch Leute geben, die die durchsetzen und im Zweifel den Bankräuber aufhalten oder die Nazi-Demo auflösen. Tatsache ist aber ja, dass ganz oft Polizeigewalt angewendet wird, staatliche Gewalt angewendet wird, wo es vermeidbar wäre und da, wo sie angewendet sozusagen werden muss, anders hätte angewendet werden können. Und da würde ich sagen, ist zum Beispiel das Beispiel in Hamburg, ja, ein super Paradebeispiel. Es geht gar nicht darum zu sagen, na, diese acht Polizistinnen da haben jetzt irgendwie das für eine schlimme Menschen und die haben sich ganz schlimm fehlverhalten und das sind jetzt irgendwie, die als Personen sind da schuld dran, wenn es jetzt diesem 15-Jährigen schlecht geht, sondern das Problem ist eben, dass das eben kein sozusagen besonders besonderer Fall ist, sondern eben gut sein kann, dass die alle Gesetze eingehalten haben, alles sozusagen nach Vorschrift gemacht haben und dann müssen sich eben diese Vorschriften ändern, dann müssen sich da eben die Strukturen ändern, die dafür sorgen, dass, wenn es wieder zu so einem Fall kommt, geschultes Personal zur Verfügung steht, die nicht zu acht auf den einbrüllen und wenn er dann völlig verängstigt oder auch natürliche Reaktion ist, sich dann zu wehren ist, dann anfangen, auf den einzukloppen. Sondern dann muss es ja schon von Anfang an erstmal Polizei, ganz alles ausgebildet, weitergebildet werden, mit ganz anderen Zielen in so einen Einsatz geschickt werden, damit es gar nicht erst so weit kommt und in akuten Notsituationen, in akuten Eskalationssituationen eben begleitet werden von besser geschultem Personal, das dann eben zum Beispiel in der Lage ist, sowas zu deeskalieren. Also, na, diese Situation in Hamburg, ein 15-Jähriger cruist irgendwo über den Bürgersteig, da muss man ja eigentlich nicht nur drüber reden, ist es jetzt okay, da Pfefferspray zu verwenden oder hätte es vielleicht auch irgendeinen Schmerzgriff getan, hätte man nicht auch einen Klagstaat, keine Ahnung, sondern eigentlich ist es eine Situation, die muss doch vernünftigerweise zu lösen sein, ohne dass es überhaupt nur zu irgendeiner Form von Gewaltanwendung kommt. Ihr schreibt ja, Zivillieträger ausbauen, Polizei entlasten, also wie soll das konkret passieren, dass die Polizei entlastet wird? Na, es ist so, dass de facto die Polizei zu ganz vielen Einsätzen gerufen wird, für die sie eigentlich nicht die richtige Antwort ist, nicht die richtige Antwort sein kann. Das ist gar nicht die Schuld von den Polizistinnen, die dann da hinkommen, sondern es gibt ja einen Grund, warum es SozialarbeiterInnen gibt, warum es in psychischen Ausnahmesituationen eben Krisenteams gibt, die sich genau darauf fokussiert haben, warum es SanitäterInnen gibt, die jeweils in ihren Fachgebieten eben besonders gut darin sind, mit Krisensituationen so umzugehen, dass nicht am Ende davon jemand tot ist, wie das in den letzten Wochen häufiger passiert ist, dass die Polizei Menschen in psychischen Ausnahmesituationen einfach erschossen hat. Und dafür muss es eben einen massiven Ausbau von solchen zivilen Stellen, von ExpertInnen auf dem Gebiet geben. Wie kann das denn ganz konkret aussehen? Also bislang ist es ja so, dass in, ich sag mal, heiklen Situationen eben typischerweise, wenn es jetzt entweder der Rettungsdienst oder die Feuerwehr gerufen wird mit der 112 oder wenn es, sagen wir mal, irgendwie um eine Gefahrensituation geht, eher die Polizei gerufen wird. Das heißt also, man wählt die 110. Das heißt also, in einer psychosozialen Ausnahmesituation gibt es diese schnelle Notrufnummer nicht. Wie stellt sich die grüne Jugend das denn ganz konkret vor? Wie könnte die Polizei entlastet werden? Ja, darüber ist die Debatte ehrlich gesagt in Deutschland leider noch ganz am Anfang. Es war schon ein Riesenaufschrei, dass wir überhaupt angemerkt haben, dass vielleicht solche Situationen auch anders lösbar sind. Wie sich das dann konkret ausgeschaltet, da gibt es verschiedene Modelle und verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn es auch einfach dafür Nummern gibt, die rund um die Uhr nicht nur erreichbar sind. Ich meine, die Telefonseelsorge kann ich auch rund um die Uhr anrufen. Aber wenn halt jemand konkret vor Ort Hilfe braucht oder andere Hilfe brauchen, um geschützt zu werden, dann kommt im Zweifel ja eben doch nur die Polizei. Und da muss es eben Anlaufstellen, Nummern geben, Strukturen aufgebaut werden, wo ich weiß, da kann ich rund um die Uhr anrufen. Und dann kommen Menschen, die genau für solche Situationen ausgebildet sind und nicht dann einfach durch autoritäres Auftreten und Waffe zücken und rumschreien die Situation noch erst richtig gefährlich machen. Also ihr schreibt auch im Konzept, militärische Bewaffnung, gepanzerte Fahrzeuge und noch mehr Polizeipräsidents auf den Straßen stärken weder subjektive Sicherheitsgefühle noch objektive Sicherheitslage. Soll die Polizei entwaffnet werden? Da ist einfach die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass auf verschiedenste Bedrohungslagen oder auch nur gefühlte Bedrohungen, aber auch durch völlig unbedrohliche Situationen wie zivilgesellschaftlicher Prozess und Demos immer stärker mit Abschreckungsszenarien reagiert wurde. Es gab massive Verschärfungen von den Polizeigesetzen in den verschiedenen Bundesländern. Das kann nicht die Antwort sein, sondern ganz im Gegenteil. Die Aufgabe von Polizei muss eigentlich sein, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Proteste überhaupt zu ermöglichen und abzusichern und nicht sofort einen Wasserwerfer aufzufahren. Und was fordert ihr da? Also wir fordern, dass erstmal der Einsatz von Hunden und Pferden auf Demos vollkommen beendet wird, weil die da einfach nichts verloren haben. Die machen nur Angst und eskalieren. Der Einsatz von Pfefferspray in der flächendeckenden Form muss beendet werden. Der Nutzen davon lässt sich überhaupt nicht belegen. Was sich aber sehr gut belegen lässt, ist der Schaden davon. Nämlich, dass einfach bei ganz vielen Einsätzen auf beiden Seiten die meisten Verletzten durch Pfefferspray passieren. Und es ist auch immer wieder einfach der ganz konkrete Auslöser von Eskalationen, wie jetzt zum Beispiel hier in Hamburg oder auch vor wenigen Wochen in Bremen, als der Einsatz von Pfefferspray in der Situation eben so stark eskaliert hat, dass die Polizei den Mann am Schluss erschossen hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Hamburger Situation ist rechtlich so ein bisschen unübersichtlich. Es ist gut möglich, dass die Beamtinnen und Beamten dort zwar extrem ungeschickt agiert haben, aber durchaus noch im Rahmen der geltenden Gesetze. Es gibt aber durchaus andere Situationen, wo sich das deutlich unerfreulicher darstellt. Auch in der letzten Woche machte ein Video die Runde, wo die Polizei gegen die Monstrierende von einer Nazi-Demo in einem Bahnhofstunnel quasi eingekesselt hat. Da wurden also Menschen in so eine Unterführung getrieben und von beiden Seiten diese Unterführung blockiert. Und später dann wurden die Menschen zwar rausgelassen, mussten da aber durch so einen dünnen Korridor zwischen Stahlgittern und von einer Seite sprühte dann die Polizei, soweit man das in dem Video sehen kann, völlig wahllos Pfefferspray auf die Leute. Das heißt, die liefen da in so einem Korridor, konnten nicht raus, haben auch der Polizei nichts getan. Gleichwohl wurde da munter mit Pfefferspray reingehalten. Das sieht sehr, das war in diesem Fall in Rheinland-Pfalz, und das sieht sehr nach einem offenkundig illegalen Einsatz polizeilicher Gewalt aus. Zugleich aber wird von Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern immer wieder kritisiert, dass solche Gewaltexzesse typischerweise ohne Folgen bleiben für die Beamtinnen und Beamten. Dazu würde mich interessieren, was stellt sich denn die grüne Jugend vor, um die Situation hier zu verbessern? Also brauchen wir da mehr Zahlen oder braucht es da direkt konkrete Reformen? Zuallererst mal brauchen wir wissenschaftliche Grundlage, um zu wissen, worüber wir überhaupt reden. Also klar, es braucht mehr Zahlen, mehr Studien und dass die systematisch von Polizeigewerkschaften und Innenministerien abgeblockt werden, zeigt ja nur, dass alle Beteiligten ganz genau wissen, dass es da ein Riesenproblem gibt. Und dann braucht es natürlich, und zwar nicht erst, wenn Studienergebnisse da sind, die müssen dann den weiteren Prozess begleiten, sondern umgehend das, was alle wissen, was es jetzt braucht und was natürlich internationaler Standard ist, dem sich Deutschland schon lange verweigert, flächendeckend, nämlich unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstellen mit weitreichenden Ermittlungskompetenzen, damit Polizeigewalt endlich Folgen hat. Damit es überhaupt aufgeklärt werden kann, braucht es anonyme Kennzeichnungspflicht für alle Einheiten, damit überhaupt nachvollziehbar ist, wer im Zweifel die Straftat begangen hat. Und es ist natürlich schon jetzt so, dass wir wissen, dass wir durch eine Studie der Ruhr-Uni Bochum, aber auch einfach durch die Erfahrungen, die alle Betroffenen machen, die alle machen, die damit zu tun haben, wissen, dass es jedes Jahr tausende Fälle von Polizeigewalt gibt und die aber nur in einem ganz kleinen Bruchteil der Fälle überhaupt vor Gericht landen und noch weniger davon enden mit einer Verurteilung von PolizistInnen. Beispiel Hamburg, G20-Gipfel, wo das Internet voll ist mit Videos, wo jeder sieht, dass das kann keine rechtliche Grundlage haben, Leute, die am Boden liegen, gegen den Kopf zu treten und was es da alles gab. Und trotzdem gab es bis heute kein einziges Verfahren gegen beteiligte PolizistInnen. Das ist völlig offensichtlich, dass hier ein riesiger demokratischer Missstand einfach herrscht. Aber wie kann man das denn beheben? Was wäre denn eure Antwort darauf, dass so wenig PolizistInnen bei Verstößen Sanktionen zu befürchten haben? Na, weil sie im Moment wissen, dass wenn überhaupt die eigene Behörde, der eigene Laden gegen sie ermittelt und da kommt natürlich nicht viel raus. Also wenn ich den Herrn Tönnies damit beauftrage, mal nachzugucken, dass in seinem Laden ordentliche Arbeitsbedingungen herrschen, naja, da haben wir ja auch gesehen, wozu das führt. Sondern da braucht es natürlich, wie in jeder anderen Branche, in jedem anderen Bereich, auch externe Ermittlungen mit einer externen Behörde, die darauf guckt, was da schiefläuft und was anders werden muss. Das bedeutet, diese Beschwerde an Ermittlungsstellen müssen außerhalb der Innenministerien angesiedelt sein, damit nicht wieder die alles unter sich so ausmachen müssen und gegen die eigenen KollegInnen ermitteln müssen, was ja für alle Beteiligten klar ist, dass es nicht funktionieren kann. Und wie gesagt, auch natürlich braucht es auch ganz viele Maßnahmen außenrum, damit es zu so einer Polizeigewalt gar nicht erst kommt. Prävention, Hilfsangebote, viel mehr Unterstützung für zivile TrägerInnen, Deeskalation, Kommunikation, die Aus- und Weiterbildung muss sich viel stärker darauf fokussieren, wie man Maßnahmen konfliktarm durchführen kann und Situationen deeskaliert, bevor man überhaupt den Schlagstock auspackt. Natürlich ist das schon jetzt ein Teil von der Ausbildung, aber das muss einen ganz anderen Schwerpunkt haben und auch die konkrete Einsatzstrategie. Da werden zum Teil noch mit Überzeugungen Einsätze gefahren, wo wir seit Jahrzehnten wissen, dass es so nicht funktioniert. In jedem anderen Bereich ist es völlig selbstverständlich, dass man sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und an sozusagen neuen Fortschritten orientiert. Und das muss auch bei der Polizei viel mehr Standard werden. Sag mal, euer Vorstoß, eure Reformanstrengungen, die stoßen ja im politischen Raum auf wenig Gegenliebe. Warum eigentlich? Ja, weil sich in Deutschland ein wirklich problematisches Klima etabliert hat. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass über staatliche Gewalt, über die Polizei es eine offene Debatte gibt, dass immer wieder gesellschaftlich neu ausgehandelt wird. Was soll diese Behörde dürfen? Was nicht? Was soll ihre Aufgabe sein? Was nicht? Und das ist aber nicht möglich, weil auch nur die vorsichtigsten Reformvorschläge systematisch von Innenministerien und Polizeigewerkschaften abgeblockt werden. Deren Sorge ist, dass durch die Debatte über die Polizei das Vertrauen in die Polizei beschädigt wird oder deren vorgeschobenes Argument, besser gesagt vielleicht. Das Gegenteil ist der Fall. Vertrauen in eine Behörde kann ja nur entstehen, wenn alle Beteiligten wissen, dass Fehlverhalten aufgearbeitet wird, dass es Konsequenzen hat, wenn Täter in Uniform Menschen verprügeln. Und das ist im Moment einfach offensichtlich nicht der Fall. Und so kann es natürlich nicht weitergehen. Ich glaube, das Ziel von allen Reformen, wo wir hin müssen, ist, dass Gewalt als Mittel zur Problemlösung, als Konfliktoption immer weiter zurückgedrängt wird und immer stärker durch Kooperation, Kommunikation, Deeskalation Stück für Stück ersetzt wird. Das klingt jetzt utopisch. Das ist auch ein weiter Weg. Das ist auch alles nicht einfach. Das ist uns alles bewusst. Aber wir müssen ja wenigstens mal erste Schritte dahin gehen. So wie es jetzt läuft, kann es ja nicht weitergehen. Ja, wunderbar. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Georg Kurz, einer der Bundessprecher der Grünen Jugend, zu den Vorschlägen seiner Organisation, wie die Polizei in Deutschland reformiert und besser aufgestellt werden kann. Ganz herzlichen Dank, Georg Kurz, dass du Zeit hattest für dieses Interview. Sehr, sehr gern. Danke euch. Wir kommen jetzt mal zum Thema, was mir schon so ein bisschen länger im Hirn herumwabert. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie sich eigentlich unsere gesellschaftlichen Debatten hierzulande strukturieren. Und da gibt es einen Begriff, über den wir hier mal so ein bisschen aufklären müssen, glaube ich. Den wir mal erklären müssen und den wir mal so ein bisschen auseinandernehmen müssen, weil der doch von vielen Seiten so als Kampfbegriff mittlerweile genutzt wird und nicht fruchtbar ist für die politische Diskussion oder die gesellschaftliche Diskussion hierzulande. Und das ist dieser Begriff von der sogenannten Cancel Culture. Also Cancel steht für Absagen, Entsagen, Entziehung von Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Man könnte das so definieren. Das gibt natürlich tausend Definitionen. Das ist ja das Problem an diesem Ding. Aber wir würden das mal so umschreiben mit Menschen, werden ungerechtfertigterweise aus der Öffentlichkeit entfernt oder versucht zu entfernen oder ihnen wird ungerechtfertigterweise auf andere Weise versucht, Schaden zuzufügen, auch im Offline-Leben. Und es gibt halt aus dieser Woche zwei Beispiele, die unter dieser Überschrift zumindest von einigen Leuten verhandelt werden, finde ich ungerechtfertigterweise. Aber die muss man halt mal nennen und da wird auch eine ganze Menge dran klar. Das eine ist die Geschichte um diese Kabarettistin und die Autorin Lisa Eckert. Die steht in der Kritik, weil sie in einem Kabarettprogramm in den Mitternachtspitzen Witze gemacht hat, die einige antisemitisch nennen, homophob nennen, transfeindlich nennen, auch für rassistisch halten. Die war auf so ein Literaturfestival in Hamburg eingeladen und die Veranstalter luden sie also wieder aus. Und erste Berichte begründeten diese Ausladung mit, es habe Drohungen gegeben gegen Lisa Eckert und den Veranstalter. Es stellte sich dann aber raus, und das hat der Veranstalter dann auch später richtiggestellt, es habe keine Drohungen gegeben, sondern es hätten sich Menschen, Nachbarn aus der Nachbarschaft gemeldet und seien besorgt gewesen, ob es denn nicht zu Protesten kommen könne, wenn Lisa Eckert da in St. Pauli, in so einem linken Stadtteil auftritt. Und dann hat der Veranstalter gesagt, dann lass uns doch an den anderen Ort gehen und haben Lisa Eckert wieder eingeladen. Lisa Eckert wollte dann aber nicht mehr. Und dann haben auch andere Schriftsteller abgesagt, wie Sascha Reh, der sagt ab, weil, Zitat auf Facebook, die Kunstfreiheit nicht gewahrt wird, geht nicht um ihr Kabarett, sondern es geht um einen Debütroman, den sie bei diesem Literaturfestival vorstellen wollen, den kenne keiner. Und die Veranstalter seien eingeknickt vor so einem, das paraphrasiere ich jetzt, halt so einem linken Mob, der da Krawall angedroht hat. Und dann melden sich natürlich Leute zu Wort, wie Dieter Nuhr, ein anderer Kabarettist, der dann von sowas spricht wie Auftrittsverbot. Und das ist eine totalitäre Maßnahme. Und der Diskussionsraum wird eingeschränkt. Das Sagbare wird eingeschränkt. Aus Fäusten werden Argumente. Wozu man natürlich wissen muss, dass Dieter Nuhr seinerseits Probleme hat, wegen, sagen wir mal, zumindest sehr umstrittener Äußerungen, die von manchen Menschen als rechtslastig eingeordnet werden. So ganz vorsichtig formuliert. Genau. Und dieser Fall, dieser Eckert, wurde dann von einigen unter dieser Überschrift Cancel Culture verhandelt. So nach dem Motto, hier übernimmt ein linker Mob die Meinungshoheit und die Veranstalter knicken ein. Und jetzt gibt es einen zweiten Fall diese Woche. Das ist ein recht bizarrer Artikel in der Welt. Und da ist die Vorgeschichte, die ARD hatte einen Bericht über Kinderlandheime nach dem Zweiten Weltkrieg ausgestrahlt, in denen Kinder misshandelt wurden. Und geleitet wurden diese Kinderlandheime von ehemaligen hohen SS-Offizieren. Unter anderem hat dann kommentiert, Thorsten Kraul, Chefkommentator von der Welt. Er sei auch in so einem Kinderheim gewesen. Und der Chef damals sei gewesen, Hugo Kras, ehemaliger SS-General. Und so beschreibt dann Thorsten Kraul in der Welt, erinnere sich, das sei damals zwei Jahre gewesen, an diese sehr, sehr traurigen Augen. Und als Kleinkind habe man ein Instinkt dafür, wie ein Hund vielleicht, schreibt er. Und dann schildert er so, wie diese ehemaligen Nazi-Größen Tür an Tür gelebt hätten mit Leuten, die halt nicht bei der SS waren. Und das habe doch alles so ganz friedlich geklappt. Und dann Zitat, es waren zwei Welten, aber man wusste voneinander, man mied sich oder traf sich, manchmal auch zum Gespräch. Was es nicht gab, war eine Cancel-Culture, die Vertreibung der lebenden Vergangenheit aus dem Gesichtsfeld. Das war rückblickend so unerträglich wie richtig. Es gab viel zu wenig NS-Prozesse, aber es gab keine Rache. Rache ist das zweifelhafte Privileg von Diktaturen. So, auch da wieder der Begriff Cancel-Culture. Und ich glaube, Ulf, wir müssen das mal so ein bisschen sortieren. Was ist damit aufsicht? Ich war bei der Vorbereitung der Sendung schon bei diesem zweiten Beispiel, Philipp, mit dem Weltartikel, war ich so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich in diese Diskussion reingehört. Weil, und ich glaube, diese Skepsis teiltest du ja auch. Du hast ja auch das Gefühl, das passt eigentlich nicht. Was ist denn da jetzt, versuchen wir uns dem mal ganz vorsichtig zu nähern, was könnte denn da überhaupt quasi Cancel-Culture gewesen sein in diesem Kontext? Ich verstehe den Weltartikel so und habe ihn deswegen als Beispiel genommen, weil dort das Bestreben nach dem Zweiten Weltkrieg, bekannte SS-Generäle aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, als Cancel-Culture gebrandmarkt wird, als Rache. Okay, also das ist, okay, jetzt verstehe ich das und das ist natürlich ein außerordentlich problematischer, problematisches Verständnis dieses Begriffs, weil es ihnen endgültig jede Kontur verlieren lässt. Also Menschen, die bei der SS aktiv waren, zum Beispiel als Wachmannschaft in einem KZ oder als Erschießungskommando, also Menschen, die sich jedenfalls sehr wahrscheinlich, nicht jeder einzelne SS-Mann ist ein Kriegsverbrecher, aber die Menschen, bei denen es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt für persönliche Verantwortung für Menschheitsverbrechen. Also dass man diese Menschen jetzt nicht ausgerechnet Kinder erziehen lässt in irgendwelchen Kinderlandheimen, was auf Deutsch so Ferienlager sind, das hat persönlich doch nichts mit Cancel-Culture zu tun, sondern einfach nur quasi mit einer sehr gesunden Reaktion darauf, dass diese Menschen einfach quasi jede moralische Autorität verloren haben. Oder habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Nee, das würde ich auch so sehen. Ich habe diese beiden Beispiele genannt, weil sie klar machen, das sind völlig unterschiedliche Sachverhalte. Die da mit diesem selben Begriff belegt werden, ne? Weißt du, bei dem einen geht es um die Entfernung von Nazi-Generälen aus dem öffentlichen Leben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bei dem anderen geht es um eine umstrittene Kabarettistin, die bei einem Literaturwettbewerb eingeladen, selber wieder abgesagt, ausgeladen wurde. Schwierig. Und das, finde ich, macht erstens deutlich, dass dieser Begriff Cancel-Culture als Beschreibung für einen Sachverhalt nicht mehr taugt. Der ist total leer. Ausgefranzt. Okay, aber da würde ich zum Beispiel, das würde ich, glaube ich, so ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Begriffsverwendung durch den Weltredakteur ist einfach falsch. Ich glaube, man kann es, also jedenfalls 99 Prozent, eigentlich alle mit eben Ausnahmen dieses Weltartikels, Begriffsverwendungen des Begriffs Cancel-Culture beziehen sich auf Fälle, die eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen zu dem Fall Lisa Eckart, da wo Leute eben dafür sanktioniert werden, informell sanktioniert werden, öffentlich angeprangert werden, dass sie bestimmte Meinungen vertreten. Das scheint mir der Kerngehalt des Begriffs Cancel-Culture zu sein. Und ich glaube, der Weltredakteur verlässt mit seiner Begriffsverwendung einfach diesen leidlich klar umrissenen Begriff der Cancel-Culture. Und mein Vorschlag wäre, so für unsere weitere Diskussion, dass wir jetzt sagen, okay, der Begriff ist schwierig, weil er eben für alles Mögliche steht. Aber wir jedenfalls, und wir finden ihn deswegen ja auch sehr problematisch. Aber ich glaube, für die weitere Diskussion ist es hilfreich zu sagen, wir beschränken uns auf die Fälle, wo es irgendwie, sagen wir mal, um Äußerungen oder um politische Auffassungen geht und deren informelle Sanktionierung. Ich glaube, das macht die Diskussion so ein bisschen strukturierter. Genau. Und ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, warum reden wir darüber, wofür steht das eigentlich, diese Debatte, diese erhitzte Debatte, die einen sagen, das ist eine normale Debatte, die anderen sagen, ihr schränkt die Meinungsfreiheit an, ihr beherrscht den öffentlichen Raum mit eurer linken Diktatur. Ich glaube, hier geht es doch letztlich um eigentlich ein ganz normales Phänomen. Wir reden in der Gesellschaft, diskutieren in der Gesellschaft darüber, welche Äußerungen wir unterstützen, welche wir boykottieren, wo Leute auftreten dürfen, welche Leute auftreten sollten, welche nicht auftreten sollten, meiner Meinung nach. Das ist an sich, sind völlig legitime Debatten. Das Ding ist, es hat sich halt über die letzten Jahre und im Internet der Debattenraum völlig geändert. Es sind viel mehr Leute an der Debatte beteiligt, sie diskutieren in viel mehr Räumen, also Twitter, Online, Medien etc. Und es stehen viel mehr, in Anführungsstrichen, Werkzeuge für diese Debatte zur Verfügung. Das sind natürlich einerseits Argumente, das kennen wir, aber es sind eben auch Ausladungen, Absagen von Festivals, Widerworte, Blockieren von Twitter-Accounts, Boykott-Aufrufe, Boykotts, auch Morddrohungen, Doxing auf Twitter, also dass Leuten hinterhergeschnüffelt wird und ihre privaten Daten öffentlich gemacht werden. Es werden Arbeitgeber angeschrieben und ermahnt, da hätte sich jemand falsch verhalten, er müsste doch entlassen werden. Das ist sozusagen das gesamte Arsenal, was da aufgefahren wird. Und ich finde, die Debatte hier muss doch eigentlich darum gehen, welche dieser Werkzeuge sind wann angemessen. Man kann sagen, einige dieser Werkzeuge sind nie angemessen. Morddrohungen zum Beispiel. Ist einfach inakzeptabel. Vielleicht nur, Philipp, um das so ein bisschen wieder scharf zu machen. Also wir sind jetzt eben nicht mehr bei diesem völlig ausgefransten Begriffsverständnis, wo Cancel Culture irgendwie gar nichts mehr bedeutet, sondern wir sind jetzt tatsächlich bei der Frage, eine Person vertritt bestimmte politische Haltungen, eine Person äußert sich in bestimmter Weise, meinetwegen auch unter dem deckmäntlichen des Kabaretts zum Beispiel oder der Kunst. Und dafür gibt es negative Reaktionen in der Öffentlichkeit. Und da gibt es ja inzwischen ein ganzes Arsenal. Also das kann ja reichen von öffentlichem Widerspruch, wo glaube ich, niemand von Ernsthaft von Cancel Culture reden würde, weil das ja völlig normal ist, dass man... Das ist die Frage. Es reden auch da Leute von Cancel Culture. Aber gut. Aber gut. Aber das ist jedenfalls so das Mildeste, womit man ja jedenfalls rechnen muss, dass man irgendwie Widerspruch erntet, bis hin tatsächlich zu Morddrohungen. Das ist so quasi die ganze Spannbreite, mit der Personen zu tun haben oder schlimmstenfalls sogar Mordversuche. Stichwort Russland. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir wichtig finden. Welche Reaktionen sind tatsächlich angemessen darauf, wenn Menschen bestimmte Meinungen vertreten? Richtig. Und ich habe den Eindruck, dass deswegen auch Cancel Culture nicht geeignet ist, weil du, um das beurteilen zu können, ob in einem ganz bestimmten Sachverhalt die Absage oder das Ausladen einer Person von einer Veranstaltung gerechtfertigt ist, ob es gerechtfertigt ist, die privaten Daten einer Person auf Twitter zu veröffentlichen, ob es gerechtfertigt ist, den Arbeitgeber einer bestimmten Person darauf zu fordern, diese Person zu entlassen und da öffentlich Druck zu machen, ob das gerechtfertigt ist, das kannst du nur im ganz konkreten Einzelfall entscheiden, indem du diesen ganz konkreten Einzelfall dir sehr, sehr genau ansiehst. Und um diese Frage geht es und deswegen kann man nicht einfach irgendwo draufkleben, Cancel Culture, sobald irgendwie jemand Widerworte erntet, sobald gesagt wird, wir hätten gern, dass diese und jene Person nicht bei dieser und jenen Veranstaltung auftritt. Das kann in dem einen Fall angemessen sein, das kann in dem anderen Fall völlig überzogen sein, man muss sich den Einzelfall angucken und deswegen ist dieser Begriff Cancel Culture als Beschreibung für diesen Streit, für diese Debatten um solche Werte völlig ungeeignet. Ja, ich finde ehrlich gesagt, das Gefährliche ist vor allem, dass dieser Begriff Cancel Culture in der Diskussion ja vor allem quasi mit einer politischen Aufladung benutzt wird. Also der wird ja vor allem von rechter bis rechts radikaler Seite benutzt als Beispiel oder als Bezeichnung für vermeintlich illegitimes Verhalten eines linken Mobs. Also selbst Donald Trump bedient sich inzwischen in Wahlkampfreden des Begriffs Cancel Culture um deutlich zu machen, dass die Linken ja angeblich irgendwelchen Menschen quasi den Mund verbieten wollen oder sie politisch ausschalten wollen und da muss man ganz ehrlich sagen, das macht diesen Begriff dann auch schnell zu einem Kampfbegriff, diese politische Aufladung denn das glaube ich kann man bei, wie soll ich sagen, bei aller Diskussion im Detail darüber, welche Reaktionen auf Meinung angemessen sind, das kann man auf jeden Fall sagen, es ist kein Phänomen, das sich nur auf der linken Seite des politischen Spektrums findet, denn ganz im Gegenteil auch quasi von der rechten Seite gibt es ja durchaus die Versuche, Menschen mundtot zu machen. Du hast da mal ein paar rausgeschrieben. Das ist ja auch bekannt, also die Kabarettistin Edel Baida bekommt Morddrohungen vom MSU 2.0, NSU 2.0 haben wir vorhin schon drüber geredet. Ja, lass uns vielleicht den Einschub kurz noch machen für die Menschen, die uns nicht so verfolgt haben. Also NSU bezeichnet zunächst mal den nationalsozialistischen Untergrund, das war eine Terrororganisation rund um Beate Zschäpe, da gab es vor Jahren diesen großen Prozess, diesen Terrorprozess vor dem Oberlandesgericht München, wo ich meine elf Menschen mit Migrationshintergrund und eine Polizeibeamtin erschossen worden sind. Ja, also eine Terrororganisation mit klar faschistischer Ausrichtung und unter dem Stichwort NSU 2.0 verschicken zur Zeit bestimmte Menschen Drohbriefe, insbesondere wiederum an Menschen mit Migrationshintergrund oder an zum Beispiel Politikerinnen, die sich mit diesen Menschen solidarisieren und das Problem beim NSU 2.0 und vor allem, also abgesehen davon, dass es natürlich schon mal furchtbar ist, diese Briefe zu schicken, das nächste Problem beim NSU 2.0 ist, dass es ganz offensichtlich enge Verbindungen gibt, jedenfalls zur hessischen Polizei, weil Informationen, die in diesen Drohbriefen abgerufen wurden, ganz offensichtlich aus Computern eines Frankfurter Polizeireviers stammen. Das heißt also, entweder sind es Polizeibeamtinnen und Beamte, die diese Briefe schreiben oder es gibt irgendwelche anderen Rechtsradikalen, die da einen guten Draht haben. Also NSU 2.0 als Beispiel dafür, dass es aktiven Rechtsextremismus gibt in Deutschland, der wiederum gute Verbindungen hat zur Polizei. Das vielleicht als Fußnote. Dann gibt es diese ganze Debatte um dieses Umweltsaulied. Da haben wir ja damals auch drüber geredet im WDR. Da gab es von konservativer bis rechtsradikaler Seite extrem Shitstorm, extreme Angriffe, weil sie dieses Lied im WDR, sagen wir mal vorsichtig, nicht mochten. Dann hat eine Autorin in der Taz einen Satiretext über die Polizei geschrieben, hat dafür Anzeigen bekommen. Die Taz-Redaktion hat sich in mehreren Texten davon distanziert. Der Bundesinnenminister hat quasi die Bestrafung gefordert. Also selbst Horst Seehofer wollte eine Strafanzeige stellen. Er hat es dann glaube ich letztlich nicht getan. Aber er hat damit natürlich den Mob nochmal so richtig angeheizt. Luisa Neubauer von Fridays for Future bekommt reihenweise Morddrohungen und soll so zum Schweigen gebracht werden. Wie gesagt, Morddrohungen ist außerhalb jeder Diskussion. Aber ob jetzt die Kritik im Einzelnen gerechtfertigt ist oder nicht, da muss man sich halt den Einzelfall angucken und ob die Kritik so wie sie geäußert wird gerechtfertigt, muss man sich den Einzelfall angucken. Und da spielt auch eine Rolle, wer diese Kritik äußert. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob Leute mit, was weiß ich, 100.000 Followern auf Twitter jemanden kritisieren oder ob eine marginalisierte Minderheit, die nirgendwo zu Wort kommt, auch mal ihre Rechte einfordert. Finde ich, da gibt es andere Möglichkeiten im Werkzeugkasten. Ich finde, die marginalisierten Machtlosen dürfen unter Umständen zu schärferen Werkzeugen greifen als jene, die eine große Macht haben, sei es durch Reichweite, durch Funktion, durch Institution etc. Und all das spielt dabei eine Rolle, ob wir Kritik für gerechtfertigt halten und so wie sie vorgebracht ist, für Gerechtfertigkeiten. Es gibt natürlich, keine Frage, finde ich, Fälle, wo die Kritik maßlos war. Wo Leute, finde ich zum Beispiel, wir haben da vor der Sendung auch kurz drüber debattiert, der Daily, die Noctimes Podcast hat zum Beispiel gebracht von einem Mann, der in einem Central Park eine Frau angesprochen hat, die ihren Hund hat rumlaufen lassen und er beobachtete Vögel und wies sie also darauf hin, dass es hier Parkregeln gäbe und dass sie halt ihren Hund bitte an die Leine nehmen soll und sie hat ihn darauf quasi bei der Polizei angezeigt mit dem Hinweis, hier, ich werde von einem schwarzen Mann bedroht. Diese Frau ist dann einem Shitstorm auseinandergesetzt gewesen. Leute haben halt rausgefunden, wo sie arbeitet, die wurde am Ende entlassen. Ich finde, das ist überzogen. Die Frau, es hat sich offensichtlich rassistisch geäußert, überhaupt kein Zweifel. Ja, also ich glaube, was man schon deutlich sagen muss, Philipp, ist eben, der Mann war schwarzer, die Frau war eine weiße und sie hat ihm auch schon, bevor sie die Polizei angerufen hat, angedroht, guter Mann, ich rufe jetzt die Polizei und zwar nicht etwa, weil er was falsch gemacht hat, sondern weil er sie darauf hingewiesen hat, dass sie die Parkregeln verletzt. Da muss man sich überlegen. Und daraufhin droht sie ihm, pass mal auf, ich zeige, ich rufe die Polizei und implizit, das sagt sie nicht ausdrücklich, aber implizit wird deutlich, du weißt doch auch, was das bedeutet, da kommen dann weiße Polizeibeamte, die werden dich zur Sau machen. Das ist quasi die Drohung, die implizit mitschwingt in dem, was sie sagt und das ist eben von einer dritten Person gefilmt worden und so konnte dieser Vorfall quasi in der amerikanischen Diskussion soweit hochkochen, dass dieser Frau eben dann, denke ich, völlig zu Recht der Vorwurf gemacht wurde, dass sie White Privilege ausnutzt, dass sie quasi ihre gesellschaftlichen Vorteile daraus einfach nur, dass sie weiß ist und er ein schwarzer Mann ausnutzt, um ihn zum Schweigen zu bringen und davon abzuhalten, legitime Wünsche an sie zu richten, nämlich die Parkregeln einzuhalten, damit er Vögel beobachten kann und ihr Köter dann nicht irgendwie die Vögelchen vertreibt. Deshalb angemessen sie aus ihrem, ich glaube, das war so ein Bankingjob zu entlassen und zu fordern, das zu ändern. Genau, das finde ich eben die spannende Frage. Auch das ist wieder erstmal so ein Fall, der Cancel Culture ehrlich gesagt jedenfalls eigentlich überdehnt, denn sie wird ja hier nicht dafür bestraft, dass sie eine Meinung oder sanktioniert im weiteren Sinne, dass sie eine Meinung äußert, sondern sie wird im Grunde dafür sanktioniert, dass sie sich in einer gesellschaftlich völlig inakzeptablen Weise verhalten hat, nämlich quasi rassistische Stereotype bei der Polizei, auszunutzen und sich für ihre privaten Zwecke nutzbar zu machen. Das finde ich schon moralisch extrem verwerflich, aber es geht nicht um Äußerungen, insofern wieder eigentlich kein richtiger Fall von Cancel Culture, aber das zeigt das, Philipp, was du eben schon gesagt hast, der Begriff ranzt völlig aus. Ich persönlich finde es verständlich, wenn ein Unternehmen, sie hat bei irgendeinem Finanzdienstleister gearbeitet, oder ein Beratungsunternehmen eins von meinen, ich finde es völlig verständlich, wenn ein Arbeitgeber sagt, so eine rassistische Mitarbeiterin ist unseren Kundinnen und Kunden nicht zu vermitteln. Das finde ich völlig nachvollziehbar, denn das ist ja für den Arbeitgeber kaum zumutbar, jemanden zu beschäftigen, der in einer so krassen Weise öffentlich sich rassistisch betätigt. Also kann ich nachvollziehen. anders, wenn sie jetzt mal über Spitz formuliert, wenn sie jetzt bei Amazon Pakete packen würde und niemand wüsste, dass sie da beschäftigt ist. Sie würde in irgendeiner dunklen Halle arbeiten, würde ich das noch anders sehen. Aber hier, weißt du, bei einem Unternehmen, wo sie unmittelbar mit Kunden und Kundinnen zu tun hat, kann ich verstehen, dass man sagt, die können wir ja nicht mehr haben. Genau, und da ist dann auch wieder die Frage, wer cancelt da eigentlich? Ist es das Unternehmen, was sie entlässt, oder ist es der Typ, der auf Twitter mit seiner Followerschaft rausfindet, wo sie arbeitet, richtig Alarm schlägt, eine Riesenwelle macht, das Unternehmen quasi in die Öffentlichkeit zerrt und somit zumindest dazu beiträgt, dass sie entlassen wird? Klar, also. Ist das angemessen? Also ich, wie gesagt, ich habe mich ja gerade schon positioniert. Ich finde, ich finde das aus Sicht des Arbeitgebers angemessen und aus Sicht dieser Person. Also ich finde, da muss man schon auch die politische und gesellschaftliche Situation in den USA mit in den Blick nehmen. Es gibt dort eben nach wie vor ein riesiges Problem mit Rassismus, aber die allermeisten Fälle des Alltagsrassismus lassen sich eben quasi nicht festnageln. Hier haben wir einen der seltenen Fälle, wo ein besonders dreister Missbrauch von Wild Privilege gut dokumentiert ist. Und dass man dann in solchen Fall quasi beispielhaft ans Licht der Öffentlichkeit zieht und da einen Menschen quasi öffentlich steinigt, dafür, dass er sich so daneben verhalten hat, finde ich persönlich nachvollziehbar angesichts des gesellschaftlichen Klimas, ehrlich gesagt, und auch angesichts der absolut machtlosen Position oder bisher jedenfalls sehr machtlosen Position von People of Color in den USA. Dass dann quasi mal ein Beispiel, ein Exempel statuiert wird, finde ich nachvollziehbar. Das ist für diese einzelne Frau jetzt bitter, aber die wird schon jetzt irgendwie, die kann jetzt halt ein Jahr Sabbatical machen, da wird die schon einen neuen Job finden. Also Samira Al-Kassil hat ja auf Übermedien diese Frage formuliert, die jetzt hier, finde ich, auch so ein bisschen im Mittelpunkt steht, wer definiert eigentlich, ab wann Kritik aufhört, gesellschaftsfortschrittliche Notwehr gegen Ungerechtigkeiten zu sein und daraus eine meinungsfreiheitsfeindliche Kampagne wird. Also wo hört sozusagen legitime Kritik an Ungerechtigkeiten auf und wann wird daraus eine Kampagne, die gegen die Meinungsfreiheit und fundamentale demokratische Regeln und Werte Und das finde ich eigentlich auch die spannendere Frage. Ich habe ja eben schon darauf hingewiesen, dass dieser Fall aus dem Central Park wieder so ein bisschen wegführt von dem eigentlichen Problem oder sagen wir mal von dem Problem der Cancel Culture im engeren Sinne, wird hier eine Meinung sanktioniert. Die Frau ist ja nicht wegen einer Meinung sanktioniert worden, sondern sie ist wegen Hardcore-Rassismus und wegen Ausnutzung von Wild Privilege sanktioniert worden. Das ist eigentlich ein anderer Fall. Wenn wir jetzt mal zurückblicken zu dem Kernthema, dass es eigentlich geht, nämlich Meinungsfreiheit, dann denke ich, muss man zunächst mal so ein paar Sachen festhalten. Also Meinungsfreiheit ist keine Einbahnstraße. Ich höre ganz häufig zum Beispiel auf Twitter, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt worden sei, nur weil jemand Widerspruch erntet. Das kann ich überhaupt nicht erkennen. Also Meinungsfreiheit bedeutet, dass man eine Meinung haben darf und sie auch äußern können muss, richtig, aber es bedeutet eben nicht, dass man nicht auch Widerspruch hinnehmen muss. Es gibt also quasi nur ein Recht darauf, seine Meinung äußern zu können, aber kein Recht darauf, dass dem nicht auch jemand entgegentreten kann. Also Widerspruch ist definitiv schon mal keine Verletzung der Meinungsfreiheit und auch Einschränkungen der Öffentlichkeit sind insbesondere dann keine Verletzung der Meinungsfreiheit, wenn sie durch Private geschehen. Also wenn natürlich die jetzt quasi staatlicherseits Äußerungen verhindert werden, kann das jedenfalls mal ein Eingriff sein in die Meinungsfreiheit. Aber wenn andere Private Also Literaturfestival sagt, ich will nicht, ich will sagen der Kameratistin ab aus Gründen, wie sie sagen, wir können die Sicherheit nicht gewähren oder der Veranstaltungsort, an dem wir das machen wollten, sagt, er könne die Sicherheit nicht gewähren. Deswegen geht das jetzt. Also ich finde, diese Sicherheitsfragen machen die Sache wieder so ein bisschen komplexer, aber ganz generell würde ich denken, weil man es einfach nicht beurteilen kann, weil es halt sein kann, dass es nicht anders ging und so. Aber ich finde, die spannende Frage ist doch eigentlich, ist es denn legitim, dass ein Festival zum Beispiel in Ausübung seiner Programmhoheit sagt, diesen Menschen wollen wir hier nicht mehr reden lassen? Ja, also eine Ausladung, das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel wäre, ein wesentlich milderes Beispiel, ich entfolge jemanden auf Twitter, ich will mir einfach nicht mehr angucken, was der sagt oder auf Instagram oder auf Facebook, ich entfreunde den oder etwas härter wieder, ich veranstalte eine Gegendemonstration. Also ich finde, zum Beispiel dieser Hetzer soll bitte nicht unwidersprochen reden dürfen, deswegen veranstalte ich eine Gegendemonstration. Also all das sind... Oder ich störe, wie bei Bernd Lucke, als er seine Vorlesung wieder hat. Das ist wiederum eins härter, das muss man sehen, also eine Störung. Wieder eins härter. Aber wann ist das legitim? Also wer entscheidet das? Ich finde das ehrlich gesagt ganz wichtig, dass das niemand in dem Sinne ultimativ entscheiden kann, sondern das ist quasi die Frage, die jeder Einzelne sich oder jede Einzelne sich stellen muss, wann richte ich mich gegen eine Äußerung? Ich finde grundsätzlich mal Widerspruch, in welcher Form auch immer unproblematischer, als tatsächlich Äußerungen zu verhindern. Das macht diesen Bernd Lucke Boykott so problematisch, aber im Grundsatz, denke ich, muss man mit verschiedensten Formen des Widerspruchs und auch mit Einschränkungen, insbesondere wenn es von Privaten kommt, mit Einschränkungen, quasi von Resonanzräumen, von Reichweite leben. Denn ganz ehrlich, nicht jede Meinung ist in einer Demokratie gleich wertvoll. Man muss es in aller Deutlichkeit sagen, wir leben eben nicht in einer Rechtsordnung, die keine Werte kennt. Ganz im Gegenteil, ich finde die Einschränkungen von Resonanzräumen, die Einschränkungen von Reichweite und Widerspruch können eine legitime Reaktion sein, quasi eines gesellschaftlichen Immunsystems auf gefährliche Äußerungen. Und was meine ich mit gefährlichen Äußerungen? Damit meine ich nicht einfach nur Dissens und Kritik, selbstverständlich, sondern Dissens, Kritik, Widerspruch sind in einer Demokratie ganz wesentlich, sondern eindämmen sollte man das, was man so unter geistiger Brandstiftung versteht. Also Äußerungen, die sich richten gegen die Werteordnung unseres Grundgesetzes, rassistische Äußerungen, diskriminierende Äußerungen, antifeministische Äußerungen zum Beispiel. Und das ist, denke ich, die Frage, die sich jeder stellen sollte. Widerspruch ist, denke ich, immer legitim, aber die Einschränkung von Reichweite, die Einschränkung von Räumen, wo sich Leute äußern, das ist eine schwierigere Frage und da muss man sich immer die Frage stellen, ist diese Meinung, die da mutmaßlich geäußert wird, ist die gefährlich für unsere Demokratie? Gibt es gute Gründe dafür, sie nicht äußern zu dürfen? Und da, finde ich, sollte in einer, eben wie gesagt, nicht wertneutralen Ordnung, sondern in einer Rechtsordnung mit einer Wertordnung, wie sie das Grundgesetz eben ist, sollte die entscheidende Frage immer sein, ist das, was der Mensch da verbreitet, vereinbar mit den, mit den, mit den Werten unseres Grundgesetzes? Ein paar habe ich davon eben aufgezählt. Das wäre für mich immer die zentrale Frage und bei Bernd Lucke zum Beispiel bin ich, wir haben das damals ja auch diskutiert, haben uns da ziemlich offen geäußert, ich bin so in der Rückschau eigentlich der Meinung, dass diese Blockade zu viel war, ich finde, man hätte sich auf eine Gegendemonstration beschränken sollen, denn Bernd Lucke ist zwar natürlich eine historisch schwer belastete Person, ja, weil er nämlich die, die menschenfeindliche AfD mitgegründet hat, aber er persönlich vertritt ja deutlich weniger menschenfeindliche Thesen, er hat sich insbesondere vor allem immer gegen die Europäische Union gerichtet, gegen den Euro gerichtet, also er gehört ja quasi zu diesem quasi wirtschaftstheoretischen Gründerflügel der AfD oder wirtschaftspolitischen Gründerflügel und ihm da von vornherein das Wort zu verbieten, fand ich, finde ich persönlich in der Rückschau zu hart, ja, sondern da hätte man es bei einer Gegendemo belassen sollen, das hätte möglicherweise auch schon gereicht, zumal das da ja auch noch seine Lehrfreiheit an der Uni beeinträchtigt hat, aber wie gesagt, du hast es eben sehr schön auf den Punkt gemacht, Philipp, es kommt immer aus meiner Sicht auf den Einzelfall an, aber eine zentrale Leitfrage könnte für mich immer sein, ein Widerspruch geht immer, aber wirklich jemanden, wie soll ich sagen, zum Schweigen bringen oder seinen Einfluss beschränken, das ist aus meiner Sicht nur dann zu rechtfertigen, wenn sich jemand aktiv stellt gegen die Werteordnung unserer Verfassung. Ja, das ist natürlich immer nicht so einfach zu sagen. Also dieser Eckart hat natürlich Witze gemacht, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, es ging um Juden und Schwule und so, man kann das als Provokation sehen, als Satire sehen, so da gibt es natürlich immer einen Streit darüber. Klar. Also einen Punkt wollte ich nur ganz kurz machen, damit nur, das habe ich eben schon gesagt, aber ich würde es gerne nochmal klar machen, weil ich Angst habe, dass es sonst in den falschen Hals kommt. Was ich gerade geschildert habe, das ist quasi die Perspektive, die ich als Privatperson einnehmen würde. Bei der Frage, ob ich mich an einer Blockade beteilige, an einer Demo, ob ich jemanden entfolge oder auf Twitter blockere zum Beispiel. Eine ganz andere Frage ist, ob staatliche Stellen die Meinungsfreiheit, insbesondere ja hierzu diese Resonanzräume, die Räume, wo sich Meinungen äußern können, einschränken können. Das unterliegt aus gutem Grunde verfassungsrechtlich viel höheren Schranken. Also ich habe versucht, meine privaten, persönlichen Maximen so ein bisschen darzulegen und quasi so ein bisschen dafür geworben, das vielleicht auch für sich persönlich so zur Leitschnur zu machen. Für staatliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit gibt es viel strengere Regeln, da gebraucht man nämlich ein Gesetz. Völlig klar. Und das bedeutet insbesondere, solange jemand sich nicht strafrechtlich relevant äußert, ist es sehr schwer von staatlicher Seite einzugreifen. Und das finde ich auch gut so übrigens. Und diese erhitzte Debatte. Die Leute beschweren sich, dass irgendjemand irgendwo auftreten darf, dass Bernd Lucke da ist. Die anderen kommen von der anderen Seite, ja, ihr habt dieser Eckart abgesagt. Die Linksfront bindet uns der Gesellschaft einen Maulkorb um und schränkt die Debattenraum ein. Und da haben ja auch viele Intellektuelle, Simon Rushdie, auch Daniel Kehmann im Harper's Magazine so einen Brief geschrieben, so einen offenen Brief, in dem sie sich, die haben das Cancel Culture nicht benutzt, aber ist das klar, worauf sie sich beziehen, dass sie da davor warnen, vor dieser Hitzigkeit der Debatte und Angst haben, dass eben Meinungen beschränkt werden und es zu keiner offenen Debatte mehr kommen kann. Die Frage ist, ist das wirklich so? Also droht uns das wirklich? Werden Leute mundtot gemacht? Werden Leute eingeschüchtert und trauen sich nicht mehr, sich in der Öffentlichkeit zu äußern? Wird damit die Debatte tatsächlich beschnitten? Ungerechtfertigterweise? Also ehrlich gesagt ist das ein Phänomen, das ich vor allem beobachte gegenüber Frauen und gegenüber Angehörigen von Minderheiten, die einfach und da ist es leider tatsächlich so, dass diese Übergriffe weit überwiegend von rechter bis rechtsradikaler Seite kommen, wo tatsächlich insbesondere in sozialen Medien Frauen vertrieben werden, weil man einfach irgendwann nach der 347. Vergewaltigungsdrohung vielleicht einfach keinen Bock mehr hat da drauf. Das haben wir ja in der Lage auch schon verschiedentlich diskutiert, nicht zuletzt in der vergangenen Folge, dass ich da in der Tat eine Strafbarkeitslücke gesehen habe. Übrigens haben wir da einen Hörer Hinweis bekommen, ja es war ein Hörer in diesem Fall, dass der Bundestag da tatsächlich schon eine Änderung beschlossen habe. Mit anderen Worten, das was wir in der Lage gefordert haben, das scheint jetzt jedenfalls in Teilbereichen auch gesetzt zu werden mit einer Modifikation von § 140 des Strafgesetzes. Ich habe das jetzt noch nicht im Einzelnen analysiert, aber es scheint so zu sein, dass diese Forderung, die wir ja schon in der Lage auch schon immer wieder mal erhoben haben, jetzt tatsächlich auch im politischen Raum aufgegriffen worden ist. Also wie gesagt, ich finde dieses Verdrängen aus dem politischen Diskurs, das betrifft eben tatsächlich vor allem Menschen, die Opfer werden, auch tatsächlich von verbaler Aggression. Ja, ich glaube, ja, dann weiß ich nicht, lassen wir das hier mal so stehen, also mit dem Appell, diesen Begriff zur Beschreibung eines Phänomens, nämlich da gibt es eine Debatte über wer soll was machen und wer darf was sagen, lieber nicht zu benutzen. Nein, zwar weil er völlig unscharf ist, weil er unscharf ist und weil er eben ein Kampfbegriff ist und weil er halt, wenn es konservative Rechte schaffen, irgendjemandem dieses Etikett auf die Stirn zu kleben, Ulf Bormeier, Philipp Banse, Cancel Culture, dann bist du halt für diesen Stamm desjenigen, der dir das da drauf klebt, gegessen und markiert und du bist sozusagen persona non grata und mit diesen Begriffen sollte man nicht operieren. Das bringt uns einfach nicht weiter, sondern auf den Einzelfall gucken und in jedem Fall abwerten, ist die Person, ist das Werkzeug, was benutzt wird, angemessen für diesen Sachverhalt. Ja, wir haben ja versucht, so ein paar Maßstäbe vorzuschlagen, wie man, wonach man da schauen kann und mich erinnert diese Diskussion um die Cancel Culture im Grunde an die jetzt schon ein paar Jahre ältere Diskussion um die sogenannte Political Correctness. Political Correctness war ursprünglich mal ein positiver Begriff, nämlich Antidiskriminierung, aktive Diskriminierungsfreiheit und wurde dann auch von der rechten Szene aufgegriffen und ist inzwischen ebenso wie Feminismus irgendwie so ein Kampfbegriff der rechten Szene, was man irgendwie doof findet. Negativ belegt. Negativ belegt und leider ist es bei der Cancel Culture eh so, ich meine, der Begriff ist noch deutlich unschärfer als Political Correctness, da weiß man so gar nicht mehr, worum es geht. Wir haben eben die verschiedenen Begriffsverwendungen mal so ein bisschen beleuchtet. Also ich glaube, der Begriff, man sollte generell schon skeptisch werden, wenn man den Begriff liest, weil es zum einen dann einen deutlichen Verdacht gibt, dass der Text, den man da gerade liest, aus einer rechtsextremen Ecke kommt oder jedenfalls aus einer sehr rechten Ecke und zum anderen ist klar, dass dieser Text vermutlich zur Aufklärung wenig beiträgt, einfach weil er unscharfe Begriffe verwendet. Man sollte sich im Einzelnen immer die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, jemandem ein Podium zu nehmen oder handelt es sich möglicherweise einfach nur um Kritik oder Widerspruch. Widerspruch ist eben per se keine Einschränkung der Meinung. Genau und was mir auch noch einfällt, was er eben auch noch suggeriert, dieser Begriff ist, ist, dass es da eine, ich will nicht sagen Verschwörung, aber schon eine breite Einheitsfront all jener gibt, die eine ganz bestimmte Gebe, das ist ja die Unterstellung. Gebe, die eine ganz bestimmte Meinungsrichtung unterdrücken will. Und es mag im Einzelfall überzogene Reaktionen gegeben haben, aber dieses Konstrukt, wir auf der anderen, die Cancel Culture Leute, die uns behindern und mundtot machen wollen, auf der anderen, das ist einfach ein Bild, was nicht stimmt. Und deswegen sollte man das nicht benutzen. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Genau, wir haben noch ein etwas juristischeres Thema, womit wir auch wieder einen Fall der GFF aufgreifen, Philipp. Absolut, das muss man sagen, also GFF, Gesellschaft zur Freiheitsrechte, du bist der Vorsitzende dieses Vereins. Das sagen wir an diesen Stellen, wenn es um Fälle von euch geht, nicht um Ulf zu Bauchpinseln oder zu sagen, wie toll er ist oder so, sondern es ist auch mir persönlich ein besonderes Anliegen, hier für Transparenz zu sorgen, weil die Lage ein journalistisches Format ist und wenn es da Abhängigkeiten gibt bei einer, oder Rollen oder wie auch immer, wenn einer von uns da irgendwie mehr drin verwickelt ist, als ich interessiere mich dafür, dann finde ich, gebietet das das journalistische Gebot, dass wir das hier transparent machen und deswegen sagen wir das nicht, weil wir sagen wollen, was für ein toller Hecht der Ulf ist. Das muss man sich überlegen, wir hatten da nämlich einen kritischen Kommentar bekommen, wo ich wirklich, das habe ich gelesen und dachte, ey Leute, da wurde mir wirklich Eitelkeit unterstellt, nur weil wir diesen Transparenzhinweis anbringen, also das fand ich wirklich total unangemessen und unfair, weil ich einfach denke, das muss man noch machen, ja, das ist, uns ist klar, dass das hier und da repetitiv ist, aber es gibt eben einfach, jetzt mal platt gesagt, viele spannende Themen, wo die GFF irgendwie mit dranhängt und die können wir jetzt ja auch nicht alle totschweigen, nur weil ich da zufälligerweise Vorsitzender bin. Naja. Und genau, also, aber zu dem Thema, das war ja auch ein Thema, was ihr uns auf verschiedenen Kanälen nahegebracht habt, das sollten wir behandeln und zwar geht es da um diesen Sachverhalt, dass Supermarktketten, Restaurants etc., Lebensmittel, andere Sachen auch, aber vor allen Dingen Lebensmittel, brauchbare, vielleicht noch brauchbare Gegenstände wegwerfen, zum Beispiel in Container und Menschen vorbeikommen und sagen, oh, das kann ich ja noch gebrauchen, das können wir vielleicht noch gebrauchen, das kann man ja vielleicht noch essen und nehmen sich das da raus, ohne, um Erlaubnis zu fragen und die Frage war, ist das strafbar, ist das Diebstahl oder ist das okay? Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt auf euer Betreiben hin ein Urteil gefällt, was da lautet? Ja, das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen, weil es der Meinung ist, dass die, dass in diesem Fall, in dem ganz konkreten Fall die Verurteilung zweier Studentinnen Bestand haben soll und das finden wir deswegen spannend, weil es über das Container hinaus noch so ein paar andere Rechtsfragen deutlich macht, die einfach, glaube ich, ganz spannend sind und die auch zeigen, was aus meiner Sicht jedenfalls in der Strafrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gerade schief läuft, aber vielleicht so zwei, drei Sätze noch zum Fall, wie gesagt, zwei Studentinnen hatten, ich glaube 2018, wie das so schön heißt, Containert, also noch essbare Lebensmittel aus einem Container eines bayerischen Supermarkts entfernt, sind dabei von der Polizei erwischt worden und dann vom Amtsgericht verurteilt worden, allerdings relativ milde, muss man sagen, also vor allem zu Sozialstunden, ja, also jetzt, die sind jetzt nicht irgendwie hingerichtet worden dafür, sondern, aber immerhin, sie sind mit dem Makel einer strafgerichtlichen Verurteilung belegt worden, haben dagegen zunächst erfolglos Revisionen eingelegt zum Oberlandesgericht und haben dann gegen diese Zurückweisung der Revision, ja, so dass das Amtsgerichtsurteil Bestand hatte, Verfassungsbeschwerde erhoben und das Bundesverfassungsgericht hat im Wesentlichen, und die zentrale Argumentation war jetzt nicht etwa, ja, Lebensmittelverschwendung bekämpfen, das war das eigentliche Thema, was die Studierenden oder Studentinnen interessiert hat, ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung, sondern aus Sicht der GFF ist das kein Thema, also man muss ganz ehrlich sagen, wir sind ein Verein zum Schutz von Grundrechten, Lebensmittelverschwendung finden wir persönlich doof, aber das ist kein Thema, das die GFF betreiben würde, als denn das ist einfach ein genuin politisches Thema und ehrlich gesagt, spendet uns auch als Grundrechteorganisation keiner Geld, damit wir Lebensmittelverschwendung bekämpfen, ja, das ist einfach, das muss man deutlich sagen, das ist, Aber euer Punkt war? Unser Punkt war, ja genau, ich sage das deswegen, weil das auch in unserer Kommunikation nach außen nicht immer ganz deutlich geworden ist, worüber ich so wiederum ein bisschen unglücklich bin. Egal, unser zentraler Punkt war, die Frage, ob man Verhaltensweisen unter Strafe stellen kann, die überhaupt nicht strafwürdig sind und der Hintergrund da ist, Bestrafung, Kriminalstrafe, enthält ja ein sozialethisches Unwerturteil, also die Grundidee ist, bei einer strafrechtlichen Verurteilung nicht nur, wir möchten, dass der Mensch das nicht macht, nicht nochmal macht, Spezialprävention, wir möchten, dass die Gesellschaft so etwas nicht tut, Generalprävention, sondern da schwingt ja auch immer ein sozialethisches Unwerturteil mit, mit anderen Worten, du bist ein schlechter Mensch, du hast was falsch gemacht. Das ist böse. Das ist böse. Das ist böse. Und das finden wir, und das ist auch im Grunde in der Strafrechtswissenschaft anerkannt, das ist quasi so die Ultima Ratio einer staatlichen Reaktion auf ein vermeintliches Fehlverhalten. Also der Staat kann kaum härter reagieren, als mit einer strafgerichtlichen Verurteilung. Das ist das Härteste, was man tun kann. Mildere Mittel wären zum Beispiel, eine Verwaltungsbehörde untersagt das, oder es gibt ein ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wo an dessen Ende dann zum Beispiel ein Bußgeld stünde. Nein, die strafgerichtliche Verurteilung ist das Härteste, was der Staat tun kann, auch dann, wenn es, wie im konkreten Fall, jetzt keine hohe Strafe gab, also keine hohe Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe, sondern nur eine Verurteilung zu Sozialstunden. Und die Frage stellt sich halt, wann ist ein solches hartes Urteil, was eben die härteste Reaktion des Staates, die überhaupt denkbar ist, wann ist das denn überhaupt verhältnismäßig? Und dieser Ultima Ratio-Gedanke, quasi schärfstes Schwert der staatlichen Reaktion, dieser Ultima Ratio-Gedanke, der ist auch schon seit Jahrzehnten in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts präsent. Immer wieder sagt das Bundesverfassungsgericht, Strafrecht ist die Ultima Ratio, Strafrecht ist das Härteste, was der Staat tun kann, daher Verhältnismäßigkeit. Das Problem ist nur, und in gewisser Hinsicht auch total irritierend, ständig werden Gesetze oder Einzelmaßnahmen vom Bundesverfassungsgericht gekippt wegen Verstoßes gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das haben wir in der Lage auch schon dutzendfach solche Fälle besprochen. Zuletzt jetzt das BND-Urteil im Mai, auch ein GFF-Fall, wo eben die Auslandsüberwachung gekippt wurde, wegen Unverhältnismäßigkeit in zentralen Punkten. Nur im Strafrecht gilt das irgendwie nicht. Im Strafrecht hat das Bundesverfassungsgericht so gut wie nie, muss man sagen, es gibt ganz wenige Ausnahmen, so gut wie nie die Auffassung vertreten, das Verhalten unter Strafe zu stellen, das verletzt diesen Ultima Ratio-Gedanken, weil dieses Verhalten einfach nicht so wahnsinnig böse ist. Oder andersrum, positiv formuliert, kann man sagen, das Bundesverfassungsgericht lässt dem Gesetzgeber einen enorm weiten Spielraum. In allen möglichen Rechtsgebieten gibt es einen engen Spielraum. Bei Überwachungsgesetzen, im Steuerrecht oder zum Beispiel 2008 beim Nichtraucherschutz. Also da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also es muss ein klares Konzept geben, das muss in sich widerspruchsfrei sein, wann man das Rauchen in Kneipen verbieten darf und wann nicht. Damit es verhältnismäßig ist. Damit es verhältnismäßig ist. Das sind alles ganz, fast in allen Lebensbereichen oder in allen Rechtsbereichen schaut das Bundesverfassungsgericht ganz genau hin. Nur im Strafrecht kann der Staat quasi jetzt mal etwas überspitztformiert machen, was er will. Er kann sogar ein Verhalten wie das von diesen beiden Studentinnen bestrafen. Obwohl die sich, die haben zwar formal verstoßen gegen den Diebstahlsparagraphen, aber eigentlich, sagen wir mal, sind sich breiteste Kreise in der Gesellschaft, glaube ich, einig, dass das jetzt nicht verwerflich ist, essbare Lebensmittel davor zu retten, keine Ahnung, auf der Mülldeponie oder in der Müllverbrennungsanlage zu landen. Also ich weiß nicht, wie würdest du das moralisch einschätzen? Das ist eine spannende Frage. Genau, das war ja auch das Ding, warum mich das so interessiert hat. Ich habe mich damals schon gewundert, dass das geahndet wurde. So, ja, da habe ich dann gedacht, okay, formal kann man das irgendwie nachvollziehen. Das gehört halt jemandem und die schmeißen das in den Container. Das heißt nicht, dass das denen nicht gehört, sondern die sagen, wir schmeißen es halt in den Container und dass dann Leute kommen und ohne zu fragen das wegnehmen. Ja gut, wenn man es eng auslegt, kann man das sicherlich als Diebstahl bezeichnen. Aber muss man das bestrafen? Irgendwie muss man die Leute, die haben ja dann eine Vorstrafe und alles. Genau, die sind vorbestraft. Vorbestraft und so. Genau, deswegen fand ich das jetzt ja auch nochmal interessant. Und die Frage ist ja, was heißt denn das? Also das ist ja so einerseits ein bisschen komisch, weil man so denkt, da hätte man sich gewünscht, dass der Staat da ein bisschen oder zu liberalerem Verhalten angehalten wird. Aber was heißt denn das jetzt so grundsätzlich? Also für diesen Fall ist es klar, aber hat der auch noch Auswirkungen auf andere Fälle? Also genau, vielleicht dazu, da kann man nochmal zu sagen, warum wir den als GFF überhaupt übernommen haben. Also wir als GFF hatten den Wunsch und die Hoffnung, dass dieser Ultima Ratio-Gedanke, Verhältnismäßigkeit im Strafrecht, endlich mal in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch Folgen hat. Wie gesagt, genannt wird er immer schon, aber er hat nie Folgen. Und wir dachten, dieser Fall, der eignet sich ganz besonders, um mal deutlich zu machen, dass es Verhaltensweisen gibt, die absolut nicht strafwürdig sind, die aber gleichwohl unter Strafe gestellt werden. Das war so unser Versuch. Man muss sagen, dieser Versuch ist jetzt erstmal gescheitert. Vielleicht lohnt es sich aber, der Fairness halber, noch zwei Sätze zu sagen, zur Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, warum? Also sie sagen zunächst mal, ganz formal, das ist ein Eingriff in, das ist ein Verstoß gegen den Diebstahlsparagrafen. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen subsumieren, das ist rechtlich auch richtig so. Und sie sagen dann zum Zweiten aber, dass das tatsächlich unter Strafe gestellt wird, ist auch nachvollziehbar, weil es tatsächlich noch ein Interesse des Supermarkts als Eigentümer gibt, dass das bestraft wird. Und die Begründung ist, und das muss man sich mal reintun, die Begründung ist, der Supermarkt hat die Sachen weggeworfen, damit hat er sein Eigentum aber noch nicht aufgegeben, weil er ein Interesse daran hat, dass diese, wie gesagt, noch guten Lebensmittel vernichtet werden. Denn wenn diese Lebensmittel nicht vernichtet werden und vielleicht doch nicht mehr genießbar waren, dann könnte das ja irgendwie mittelbar zum Beispiel einen Rufschaden für den Supermarkt nach sich ziehen. Das ist die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, warum es in Ordnung ist, davon auszugehen, dass der Supermarkt ein Interesse daran hat, dass diese Lebensmittel tatsächlich vernichtet werden und nicht quasi aus dem Müll gerettet werden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn tatsächlich dieses, sagen wir mal, minimale Interesse, wenn das überhaupt stimmt, dieses PR-Interesse. Ja, ist das denn, also wurde das denn so vorgetragen? Wie ist denn das? Waren da Supermarktvertreter und haben das angezeigt? Oder? Ne, die Polizei hat das angezeigt, weil sie die Leute da getroffen haben. Die Polizei hat das angezeigt, aber das war, es war, wurde auch im Verfahren auch keiner angehört aus dieser Einzelhandelsbranche. Das steht nicht in der Entscheidung, kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen, was der Supermarkt Also ehrlich gesagt, klingt es mir so, als wenn der wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts, der diesen Entscheidungsvorschlag geschrieben hat, als wenn der schlicht und ergreifend sich mal irgendwie unter der Dusche hingestellt hat, na was fällt uns denn jetzt noch ein, welches Interesse dieser Supermarkt haben könnte? Es liest sich ehrlich gesagt nicht so, als wenn das Parteivortrag gewesen wäre, sondern es liest sich für mich wirklich so, als wenn da jemand quasi unter Aufbietung der letzten Kreativität sich noch irgendwas hat einfallen lassen, wieso dieser Supermarkt noch ein Interesse an diesen Lebensmitteln hat, die er wie gesagt in den Müll geworfen hat, dass die eben nicht gerettet, sondern vernichtet werden. Ich finde diese Argumentation also hart an der Grenze des Absurden. Ich habe selten, selten in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts etwas gelesen, was so gaga ist aus meiner Sicht. Also mich erinnert das so ein bisschen an diese Diskussion, die ich aus der Deutschen Bahn mal gehört habe. Da ging es darum, können wir Fahrplandaten eigentlich Open Sourcen? Ja genau. Also so, und dann war immer das Argument, nee, können wir nicht, weil dann steht in irgendeiner App, der Zug fährt von da nach da um so viel Uhr. Und dann stimmt das nicht? Dann stimmt das nicht und dann haben wir einen Rufschaden. Dann sagen alle, die Bahn ist doof, so. Das ist mittlerweile total kalter Kaffee, du kannst deine Bahndaten überall in Google und whatever ansehen. Es längst durch das Thema. Es längst durch das Thema. Und jetzt mal bezogen auf den Supermarkt, Philipp, jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja der Journalist für uns beiden. Kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass in der Öffentlichkeit zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welcher Supermarkt das war, nehmen wir mal, es war vielleicht Lidl, kannst du dir vorstellen, ich glaube es war Lidl, Lidl sagt, nee, dass die Öffentlichkeit sagt, Lidl, Lidl ist ein Problem. Obdachloser hat Magenverstimmung, Lidl ist schuld. Weil er Joghurts aus Lidls Mülltonne geklaut hat. Kannst du dir das ernsthaft vorstellen, dass Lidl schuld ist? Ist sehr schwer vorstellbar. Also ich finde, also gar kann man, also nein, also ja, also wahrscheinlich wäre das noch nicht mal so, wahrscheinlich, selbst wenn Lidl so ein Regal einrichten würde, genau, so eine Art Takeaway. So Takeaway, hier sind so Reste abgelaufen, keine Gewehr so, aber hier besser als wegschmeißen, help yourself. Selbst wenn da jemand sich, und mein Gott, also wenn das jetzt nicht ein vergammelter, stinkender Fisch ist, ja, und du, und du kriegst eine ernsthafte Lebensmittelfischvergiftung, ja, die richtig unangenehm ist, sondern du isst mal einen Joghurt, der nicht mehr gut war, oder trinkst eine Packung Milch, die nicht mehr gut war, ja, also was passiert denn dann da schon? Aber selbst wenn das, wenn das die Regel sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand Lidl daraus einen Strick dreht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, deswegen sagte ich eben so hart, das sei eine Grenze des Absurden. Also ich glaube, dieser potenzielle Rufschaden, auf den das Bundesverfassungsgericht sich da beruft, der ist also wirklich an den Haaren herbeigezogen, ich kann mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen, aber das ist eben das zentrale tragende Argument zu sagen, warum es ein Interesse daran gibt, diesen Diebstahl zu verfolgen und diese Strafbarkeit durchzusetzen. Genau, also das Interesse an einem Supermarkt, dass Lebensmittel tatsächlich vernichtet werden, die im Müll landen. Wie ist denn das eigentlich mit dieser geringfügigen Menge beim Dope? Ist das irgendwie auch Strafrecht oder ist das was anderes? Ja, das ist auch Strafrecht. Also wo es eigentlich strafbar ist, aber nicht verfolgt wird, wenn die Menge nicht überschreitert. Ja, genau, das ist ehrlich gesagt, geht auch ursprünglich zurück auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da hatte nämlich das Landgericht Lübeck, wenn ich es richtig weiß, eine Richtervorlage gemacht. Es gibt ja eben, es gibt ja auch einen Weg nach Karlsruhe, wo quasi ein konkreter Rechtsfall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wird, nämlich dann, wenn ein Gericht der Auffassung ist, dass ein Gesetz, auf das es ankommt, verfassungswidrig sei. Und da hat ein Richter vorgelegt, damals, der später auch politisch Karriere gemacht hat, Wolfgang Neskowitsch, nämlich, und der hat einen Beschluss geschrieben und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die Strafbarkeit des Besitzes von Marihuana, der nicht möglicherweise auch gegen diesen Ultima Ratio Grundsatz verstößt, weil es eben keine wissenschaftlich gesicherten Anzeichen dafür gibt, dass Cannabiskonsum überhaupt gefährlich ist. Und dann kam halt diese Regelung raus, es bleibt strafbar, aber bis zu einer gewissen Menge wird es nicht, der Besitz bleibt strafbar, aber bis zu einer gewissen Menge für den Eigenverbrauch wird es nicht geahndet. Genau. Das hätte man doch hier auch machen können. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat damals, das liegt schon dabei zu, ich glaube, es war Anfang der 90er schon, hat damals insbesondere darauf hingewiesen, dass die Forschungslage ziemlich unklar ist und hat dann vom Gesetzgeber verlangt, dass er die Forschungslage aufklärt und quasi seine Entscheidung zur Kriminalisierung des Besitzes und des Konsums von Marihuana auf eine solide Grundlage zu stellen. Und das ging genau in die richtige Richtung, nämlich zu sagen, lieber Gesetzgeber, du kannst jetzt nicht nach Lust und Laune irgendwas kriminalisieren, sondern es braucht einen irgendwie rational nachvollziehbaren Grund für diese Kriminalisierung. Und es hat dann aber eben diese, auch nicht quasi durchentschieden und gesagt, das geht gar nicht, sondern hat gesagt, der Gesetzgeber muss dann nachsteuern. Und der Kompromiss war dann zu sagen, wir bestellen jetzt de facto den Besitz von ganz geringen Mengen erstmal straffrei, aber ohne eine Gesetzesänderung. Naja, und diese wissenschaftlich fundierte Analyse gab es dann halt nicht. Also soweit ich weiß, ist bis heute nicht analysiert worden, wie gefährlich Marihuana denn jetzt wirklich ist. Und der Gesetzgeber hat sich davor gedrückt. Genau. Der Gesetzgeber hat sich im Grunde davor gedrückt und das hatten wir in der Lage ja auch, nämlich in einer unserer Sommerfolgen hatten wir ja dieses Thema legalized, ja oder nein, was übrigens auch eine interessante Diskussion nach sich gezogen hat in den Kommentaren. Vielleicht kann man bei dieser Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, dass wir ja seit einigen Wochen auch ein runderneuertes Kommentarforum haben. Kommentarforum, ja. Unter talk.lagedernation.org auf der, auf so einer Discourse-Plattform. Ich persönlich moderiere das ja hauptsächlich und bin damit extrem glücklich. Wir haben also etwas weniger Kommentare zwar, aber wie ich persönlich finde, ist die Qualität drastisch angestiegen. Auch die Umgangsformen sind wesentlich netter. Also, und man kann besser diskutieren, weil es so ein Threading gibt. Also man kann, die Beiträge werden nach Themen sortiert und so. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit unserer neuen Kommentarfunktion. Und wie gesagt, wer Lust hat, mal die Reaktionen nachzulesen auf unsere Sommerfolge, der findet sehr spannende Beiträge auch in diesem Forum. Okay. Ulf, mir hat es total Spaß gemacht heute. Ja, ebenso. Das ist immer so, aber ich finde auch gerade so diese Dinge, wo wir mal so ein bisschen, naja, nicht jetzt unterschiedlicher Meinung sind, aber wo das so ein bisschen Pingpong spielen, Pingpong ein bisschen debattig ist und so. Also das macht mir immer riesig Spaß. Damit ist dann aber die Lage für diese Woche sehr ausführlich, aber abschließend, wie ihr das kennt, beurteilt. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, schaut mal bei den Kommentaren vorbei und vor allem stiftet uns ein paar Sternchen bei iTunes. Das hilft uns immer sehr, gefunden zu werden. Habt ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.